So, ich habe einen grünen Punkt, okay. Boah, Freunde, ihr seid so krank. Oh, warte, ich muss doch ganz kurz, ich muss eben die Tür zu machen, ich bin sofort da. So, Freunde, was geht ab? Wenn ihr da seid, schreibt doch mal einfach Hey in den Chat. Ich bin gerade nach Hause gekommen, ohne Scheiß, vor 15 Minuten vielleicht. Habe direkt alles eingestellt, dass wir streamen können, weil wir heute ultra viel Stau hatten. Kann ich euch gleich nochmal erzählen. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Musik haben oder sowas, dass wir ein bisschen was hören. Wenn irgendwas nicht passt im Stream, bitte schreibt das unbedingt rein, dass ich das weiß. Sonst denke ich nämlich, der Stream läuft super und ihr hört vielleicht keinen Ton oder sowas. Boah, das ist aber spannend. Was haben wir denn noch so hier? Oh! Okay, ich glaube, so ist es ein bisschen besser, oder? Schreibt mal rein, ob das passt, Freunde. So, aber ich bin froh, dass ich jetzt endlich hier bin. Oh, es gratuliert mir mega viele Leute zum Geburtstag. Hey, was geht ab? Happy Birthday, danke. Danke, danke, Leute. Wow. Schokolade genetiert einfach von 10 Euro. Ich danke dir Schokolade. Ich soll dir was merchen. Geburtstag. Danke. Das Ding ist einfach, es sind gerade auf CB1 443 Leute. 443 Leute. Der Server ist gleich schon mal safe down. Hier ist ein Zwieback-Skin. Aber da war das gemarchte eine, ne? Ich guck mal kurz nach, wo das genau war. Ich hab da hinten Nachrichten vom Donation-Ticker, sag ich mal. Ja, bei PH2 auf CB2, das können wir eigentlich machen. Leute, ganz kurz auch als Info für euch. Wenn ihr gerade auf dem Server seid, bitte kommt nicht auf CB1. Ich werde auch, glaube ich, nicht so viel auf CB1 gehen, weil das ja... Schacht-Bi-Day spenden auf XD. Zwieback. Ich danke dir, Zwieback. Gut, dass du hier bist. So, gehen wir mal zu diesem einen hier. Schokolade. Der wollte hier was gemarcht haben. Was wäre der denn hier? So. Passt die Musik, schreib das bitte nochmal rein. Was schreiben so viele Leute Happy Birthday? Das wäre richtig cool. Ich freue mich mega auf diesen Stream. Der JP, hey Apga, alles Gute. Na, was geht JP? Dich kenne ich auch vom Namen. So, ich glaube, die möchtet ihr gemarcht haben, oder? Alle vier merchen, bitte. Ja, komm. Heute ist ein... Jo, Bantor hat auch noch subscribed. Was geht ab, Bantor? Das sind gerade die aus meinem Team, Freunde. Finde ich richtig cool. So, dem merchen wir das mal. Heute beim Geburtstag-Spring habe ich gebraucht, ein bisschen was zu machen. Ken no shift, danke dir für die 5-Euro-Donation. Richtig cool. Ihr müsst auch was wissen. Gerade hat mir auch... Kennt ihr How to Cook a Zombie? Der hat einfach mal, bevor der Stream anfängt, mir holt da 2 Euro zu retten. Digga, How to Cook a Zombie, du bist einfach ein kranker Typ, Mann. Wirklich. Aber ich danke dir. Mobsi, danke dir. So, was sollen wir heute machen? Ich weiß nicht, ich bin gerade auch erst da. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wir auf CB... Wow, Flo ist auch da. Wie alt bist du jetzt? Flo! Wie alt bist du 45? Du Asti. Ich danke dir, Flo. Oh Mann. Filu, danke dir, Filu. Flo, also wenn du das gerade siehst, Flo, ich komme gleich mal auf Guifa-Games, wenn du Bock hast. Komm doch auch vorbei und sei ein bisschen im Stream dabei oder sowas. Guifa-Schule macht gerade eine Dings-Tonation. 5,49 Euro, danke dir. Boah, hier sind jetzt so viele Leute schon. Wir müssen heute in der Folge noch was fixen. Das weiß ich nämlich, weil ich war bei Flo ja. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich war jetzt von Montag bis Mittwoch war ich bei Flo. Ich habe mega viele Videos aufgenommen und sowas. Jetzt bin ich aber wieder hier. Das heißt, wundert euch bitte nicht, wenn ich quasi im nächsten Video wieder bei Flo bin, weil das halt vorproduziert wurde. Und ich habe auch schon den Bausucht-Virus durchgezogen. Die Folge kommt wahrscheinlich sogar morgen. Die wird richtig, richtig geil werden. Was ist hier denn passiert? CB8. Hier ist einfach mal gar kein Spawn. Ja, moin. Was geht denn ab? Ja. Abge-Merge, bitte mein GS auf CB1 zu einem 4M-Merge, danke, alles, alles, Gute, Abge. So. Ich gehe jetzt mal kurz auf den Teamspeak. Kannst du mir ein 4-Merge machen auf CB1, PH-Kräfte, 07, alles Gute. Ich will jetzt auch ein Merch. Wir wollen jetzt alle nochmal... Bitte zutaten nicht alle, weil ihr was wollt, okay? Aber vielleicht werde ich dem einen oder anderen gleich noch was quasi so geben. Pizza-Brötchen, ich danke dir auch für 2 Euro-Tonation. Geh mal auf Kui-Fa jetzt, wir gucken, ob Flo am Start ist. Mach mir bitte ein 4M-Merge auf CB1 für mich, Mopsy, alles Gute zum Geburtstag. Also Leute, ganz kurz, bitte donatet nur, wenn ihr wirklich Bock habt zu donaten und nicht, weil ihr irgendwas haben wollt oder so. Aber vielleicht geht da nochmal ein paar durch und gebt euch was. Aber bitte donatet nicht deswegen. Also wir können auch ein paar, die was im Zoom-Chat schreiben, müssen wir das auch machen. Wenn ihr zum Beispiel... Wow, das ist gerade echt so krank, was hier abgeht. TSM Power, ich danke dir. Schreibt mal rein, was ihr so denkt. Hä? Warum? Was ist jetzt passiert? Warum sind wir vom Server geflogen? Bagger Mann, danke. Was ist jetzt gerade passiert, Freunde? Hä? Wir sind einfach vom Server geflogen? Kannst du bitte mir ein 2GS-Merge-CB3, kannst du mich grüßen, dir alles Gute? Egal, ich erzähl mal kurz, was los war. Ich bin nämlich zu Flo ja gefahren und bin irgendwie... Ach, da hier das subscribt, ja moin. Ich bin ungefähr so... Ähm... 7 Stunden da bis zu Flo gefahren und gestern halt auch wieder 7 Stunden zurück zu Céline und von Céline dann nach hierhin. H-P-W abge. Wipex, das ist auch am Start, danke dir. Das Ding ist einfach, ähm... Wir wollten heute eigentlich früher zurück, aber hatten einfach mega viel Stau. Ich weiß nicht, warum heute... Nein, das fuckt halt nicht ab mit so Herzchen. Schokolade, wirklich, was soll denn das? Äh... Ey, warum? So, wir wollten eben jetzt zurück. Wir hatten heute mega Stau. Ich weiß nicht, warum an einem Donnerstag wie heute mega viele Leute einfach wegfahren. Wenn ihr es wisst, schlagst du einfach rein. Aber wir hatten irgendwie 3, 4 Stunden Stau, deswegen ging es jetzt ein bisschen später anfangen. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier 5 Minuten Verzögerung hatten. Aber es hat gerade noch so gepackt. Ich hätte auch gerne mehr vorbereitet. Wir werden jetzt auch mal hier den Text raus. 5 Minuten Verzögerung. Digga, wie lang kommt dir das noch? Bitte! Ey! Hör doch mal auf jetzt damit. Bitte, bitte. Oh Gott. Das geht halt immer noch weiter. Ey, ist doch nicht mehr dabei. So. Ich versuche jetzt erstmal den Spawn hier zu retten. Währenddessen kann er hier weiter seine kleiner als 3 Sachen ansagen. Server ist voll, wirklich. Der ganze Server ist voll. Nee, oder? 2000 Leute sind online. Ich glaube, dass die Slittlebits fast alle voll sind, Freunde. Also wenn ich hier mal Send ab und auf CW1 mache. Es sind einfach hier 270 Leute gerade. Ist fast voll. 250. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr voll gerade. Ist echt krass. Wir sind auf CW8. 235. Krass. Wie lang geht das denn noch? Digga! Alter! Ich dachte, jetzt fällt der Willis auf. Aber macht immer noch weiter. Wie viel hast du denn da reingepackt, Schokolade? Oh mein Gott. Das ist jetzt weg. Boah, jetzt ist es endlich weg. Sheesh! So, wir müssen jedenfalls den Spawn mal einfügen, weil da ist jetzt schon ein paar Tage weg. Auch Selin! Was gibt's? Willst du kurz ins Bild kommen? Ja. Selin ist nämlich auch da, Freunde. Hallo! Was suchst du? In der Tür. Keine Ahnung, wo ein Schlüssel ist. Okay. Vielleicht in der Tür oder so? Vielleicht außen an der Tür. Vielleicht steckt er noch draußen. Oh, ja, weil es drin ist in der Tür. Könnte sogar sein. Okay, ich bin ja. Jedenfalls danke für die ganzen Glückwünsche, Leute. Boah, was wollte ich jetzt machen? Ah, wir wollten den Spawn einfügen, genau. Das können wir mal eben machen. Weil der ist schon ein paar Tage weg. Der wurde leider gelöscht von Cibag aus versehen. Und den fügen wir jetzt mal wieder ein. Jetzt kommt der nächste mit kleiner als vier. Der Flo-tastisch auch noch. Du Assi, Flo. Oh mein Gott, du kleiner Assi. So, hat's geklappt? Äh. Ach, da kommt er. Da ist der Spawn. Er kommt. Wie, wieher geht das denn auf Flo? Okay, so. Jetzt sind wir's los. So, der Spawn ist, glaube ich, der da. Aber es ist ziemlich am hängen. Ey, was ist das denn hier? Wo sind wir denn? Was passiert hier, Leute? Also ich feiere jetzt echt, dass so viele Leute am Kursaxi dabei sind. Ich denke auch, ich werde irgendein fettes Event gleich starten oder sowas. Wenn ihr irgendwas habt, dann schreibt euch in den Chat. Ich lese die ganze Zeit in den Chat. Ich schreibe so viele Leute. Herzlichen Glückwunsch und sowas. Mega cool von euch. Wirklich. Danke für die ganzen Glückwünsche. Oh, ihr könnt mal kurz reinschreiben. Schreibt bitte alle rein, Leute. Wie habt ihr vom Züge erfahren? Mein Geschenk an dich, Punkt. Bist der Beste. Ich habe deinen Kanal gesehen und habe ihn direkt abonniert. Danke. Das ist cool. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Nice. Er hat direkt abonniert. Happy Birthday. To Scream. Kannst du mein Plottmärchen heiße To Scream? Kannst du mein Plottmärchen? Ich gehe jetzt erstmal zu Flo, Leute. Wie alt wirst du? Wurdest du? 21 oder 22? Ich bin jetzt gerade 21 geworden, Leute. Ich bin 21. Schreibt doch mal rein, wie alt seid ihr eigentlich. Kannst du mir aus meinem ersten DS ein 4 merken? Machen Pls und die von meiner Freundin, Freundin, Secret Panda Baby verbinden 2 T's und 3 T's. Was geht ab? Hey. Alles Gute, Achte. Hier für den Fahrradhelm D. Ja, ich danke dir. Das ist gerade wirklich so krass. Es sind so viele Leute gerade im Stream und der Server ist absolut überfüllend. Ich sehe es ja. Ich sehe es ja. Ich sehe es ja. Nicht mehr. Alles Gute zum Geburtstag. Bin neu bei dir auf dem Server und habe mir den Grieferang geholt. Ich höre dich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Hier ist schon wieder einer. Schau doch mal bitte auf CB1 bei mir vorbei. Da hat gerade einer im Superjet 54? Oh mein Gott. Einige sind gerade so krass, Mann. Hey, und davor noch einer mit 20. Hast du den auch gesehen? Ja, das ist wirklich nicht mehr normal, was abgeht. Alter Schwede. Es ist wirklich nicht mehr dabei. Ich wollte nur sagen, weil du ja deine Strafe da angehst. Da ist der Nächste. Der macht wieder diese Kleiner als 3 Scheiße, Flo. Ohne Scheiße. Allein wegen dir werden das jetzt so viele Leute machen, weil du das auch gemacht hast. Mach lieber noch Kleiner als 4, Kleiner als 5 und Kleiner als 6. Ich beende das jetzt hier. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, dass ich das beenden kann. Nein, wir machen daraus eine Challenge. Wir machen eine Challenge. Wenn jetzt jemand Kleiner als 3 macht, macht der Nächste Kleiner als 4, der Nächste Kleiner als 5. Doch. Das klappt eh nicht. Außerdem nervt das einfach nur. Das ist der Nächste. Du nötigst einfach 10 Abo. Ich danke dir, exo. Dieser Stream ist so krass. Leute, ganz kurz, ihr müsst mir wirklich nicht zum Geburtstag finken oder so. Es reicht schon, wenn ihr einfach nur im Stream dabei seid und ein bisschen mit Spaß habt. Ich möchte ein paar Events starten und sowas. Aber trotzdem, jeder, der was du nältet, ein fettes Dankeschön an der Stelle. Das ist echt unnormal krass gerade wirklich. Okay, Flo. Du kannst mal ganz kurz gucken, ob meine Musik und so passt im Stream. Einfach mal so abchecken, ob das irgendwie alles okay ist. Das wäre ziemlich cool von dir. Alles top. Alles top. Alles super. Ein komisches Gesicht sehe ich, aber sonst alles. Ja, ja, ja. Bist du noch ein bisschen hier? Schämst du dich noch wegen dem Bausucht-Virus, Flo? Ich weiß nicht. Schämst du dich noch wegen dem, was dich erwarten wird in deiner Videos? Ja, ja, ja. Liebe Leute, er hat nämlich auch was zurückbekommen. Ich denke, Leute, ich werde das Video, wo ich den Bausucht-Virus quasi benutze, werde ich, glaube ich, morgen hochladen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, ich mache das morgen, Flo. Das war echt lustig. Ja, wann kommt denn das Video, wann kommt denn das Video, in dem du dich versucht hast zu rasieren im Video? Weißt du noch? Ach, oh mein Gott. Auch wenn es hier gibt, muss ich denn? Lass uns mal auf... Warte, ich blende das mal kurz im Stream ein, damit nicht so viele Leute da raufgehen, okay? Okay. Damit wir quasi relativ unbekannt noch sind. Oh mein Gott. Dann gehe ich mal auf... Ich schicke dir die Zahl, ja, auf welchen wir gehen. Okay, okay. Ich schicke sie dir einfach. Warte, hier. Sechs. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Das war nicht so gut. Kleiner als fünf, 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 kleiner als fünf. Dann gehen wir auf den anderen, gehen wir auf den hier. Hä, was ist denn das für ein Hintergrund da in der Atombombe? Was? In deinem Stream. Achso, nee, das ist so ein Weltraum-schwarzes Loch, glaube ich, ist das. Okay, ich bin trau... Achso. Oh, Flo, das ist richtig... Oh Mann, das ist richtig dumm, was ich gemacht habe. Guck mal, wenn ich jetzt den Stream wieder einlende, Leute, steht da einfach oben rechts, welcher CB das ist. Oh mein Gott. Okay, dann muss ich eine kleine Whitelist anmachen, würde ich sagen. Es geht halt nicht anders, weißt du, sonst ist hier alles voll gleich. Sag mal, wenn du auf dem Citable drauf bist, okay? Ja, das ist nicht so einfach, da raufzukommen. Es ist so... Es ist wie so bei so einem Justin Bieber-Konzert hier, Alter. Wann kommst du auf? Was ist das? Achso, mach bitte mal wieder. Okay. Paysternchen 10.000 oder SP. Ja, wisst ihr was? Heute ist Geburtstag, ich brauche mal ein bisschen was rauszukommen. 3.000 Dollar an alle. Das ist eine ganz gute Idee. Ich glaube, das mache ich heute. Ich werde heute einen dicken, fetten Event zu ihr machen. Wir werden richtig viel Geld raushauen. Wir werden später noch ein Drop-Event machen, würde ich sagen. Und wir werden ein bisschen Plus verwerten, wo ihr auch noch was kriegen könnt. Das sind doch eigentlich gute Ideen. Das machen wir. Bist du ein bisschen dabei, Flo? Der Server konnte deine Daten noch nicht verarbeiten, du wurdest für 5 Stunden gesperrt. Ich bin gebannen. Ich wurde gebannen. Ja, Flo, das ist jetzt ein bisschen doof für dich. Du machst das alles doch wieder nur, um mich bloßzustellen. Ey, Alter. Das ist doch alles wieder nur eine Bloßstellung. Da ist der Nächste. Da ist der Nächste. Der macht Geburtstag nicht für mich. Ich schreibe da irgendwie um NTC, BZ, HZ und so weiter. Ein größer als 6. Schreibt Weipax jetzt. Cheez, das ist krank. Einer schreibt gerade, ich habe gerade allen Leuten 3.000 Dollar gegeben, schreibt erst mal einer Fake-Geld. Hä? Fake-Geld? Wie soll das nicht Fake-Geld sein? Okay. Oh mein Gott, die geht so ab im Stream. Egal wann ich rede, ich rede immer dazwischen mit so einer Spender. Ja, es ist wirklich, es ist absolut krass, was hier gerade abgeht. Auch 5.000 Zuschauer ist nicht mehr normal. Oh Mann. Ja, Flo, ich kann jetzt wirklich viel nicht tun, weil der Server hat dich halt gebannt, ne? Echt jetzt? Du entpannst mich nicht mal? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Der Server hat dich halt gebannt, ne? Ich glaube es ja wohl nicht. Was ist das? Nö, und das? Nö, ich bin enttäuscht jetzt. Ich kann, glaube ich, nicht so viel machen. Ja, du kannst einfach... Im Stream gucken, oder? Was für Plots finden Sie? Ja, klar, ich gucke einfach ein bisschen im Stream zu, ne? Ich mach mal meine 50 Euro zurück. Wipex macht jetzt kleiner als 7, der macht damit ganz alleine diese kleiner als 7. Mantex ist der erste. Oh, der ist am Spawn. Hat der einen Plot, Mantex? Mantex hat tatsächlich einen Plot, ja. Das ist cool. Ich würde sagen, da abgib mich nicht mitspielen lässt, strammen wir alle mal kleiner als irgendwas in den Spenden-Ding da. So, Flo, das ist dich. Was machst du jetzt? Kleiner als 7. Okay, weißt du was, solange du gebannt bist, Flo? Ich mach Plots für Werten nicht ohne dich, ja. Ich mach so, ich mach ein kleines Drop-Event auf CB4. Es ist zu spät. Was ist zu spät? Es ist zu spät, ich mach das jetzt. Was machst du denn? Ich mach das jetzt abgib. Was denn? Alle müssen entspannen mit kleiner als irgendwas, Leute. Da darf es nicht weg, Mann. Das ist so. Ich würde es mich echt abfacken, oder? Ja. Das steckt noch in deinen Knochen mit dem Bausucht-Virus, oder? Kann das sein? Ja, na, hä? Das war doch ein Megaflief. Ach, die Leute wissen es ja noch nicht mal, das Video ist noch nicht da, oder? Also es gibt den ersten Teil schon. Da habe ich ja gezeigt, wie das funktioniert. Aber es gibt noch nicht den Teil, wo ich das quasi bei dir reingeschummelt habe in deiner Aufnahme. Den Teil gibt es noch nicht. Aber das war echt lustig. Oh, Mann. So, Leute, wir machen hier ein kleines Drop-Event auf CB4. Es sind 309 Leute online, also disconnectet auf gar keinen Fall, wenn ihr drauf seid. Ja, moin. Übertreib halt. Das sind aber jetzt ein bisschen mehr kleiner als 7 als bei den anderen. Flo. Ich habe noch nichts gemacht. Oh, mein Gott. Natürlich hast du was gemacht. Mein Sucht? Mein Sucht hat dir Geld gespendet. Hä? Lol. Oh. Oh. Oh Gott, ich komme gar nicht mehr mit. Ich habe in den Stream den Ball offen und es kommen nur Spenden rein die ganze Zeit. Das ist einfach zu krass, Mann. Leute, schreibt mal bitte in den Stream-Chat jetzt, was wir so als Drop-Event immer raushauen sollen. Einfach so Items, die vielleicht ganz cool werden. Ich packe da ein bisschen was davon in die Spur hier. Und dann fangen wir mit einem kleinen Drop-Event heute mal an. Der Server war alle drauf heute. Also folgendes kurz dazu. Bei solchen Events war es früher immer so, dass man sehr, sehr leicht duplizieren konnte. Und das Ding ist einfach, wir haben jetzt ein System gebaut, dass wenn man quasi dupliziert, dass man dann automatisch gebannt wird. Das kann aber auch passieren, dass wenn es laggt, dass man dann auch gebannt wird. Weil Duper bringen aber das Server zum Laggen und dadurch kann man halt duplizieren. Und aus dem Grund wurde jetzt quasi auch Flo gebannt. Hey, ich wurde jetzt auch noch gekickt, weil ich inaktiv war. Oh mein Gott. Du willst mich ja echt nicht rauflassen auf deinen Server, ne? Du musst ein bisschen aufpassen, Alter. So, die Leute schaffen es rein. Spawner. Ich soll 500? Ne, 500 ist zu viel. Aber ich könnte, wir könnten mal 50 Spawner raushauen. Das geht auf jeden Fall. 50 Spawner können wir machen. Dann packe ich hier mal so 3 rein. Dann packe ich hier nochmal einen Spawner rein. Ich packe mal so ein paar Spawner in die Truhe hier. Wie einfach diese Spende von mir immer noch nur läuft. Ja, die ist nicht weg, Flo. Wie einfach immer noch nur läuft. Das ist einfach zu krass. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Bisher muss man dich abfucken. Bisher muss man dich abfucken. Hallo. Hallo, Musti. Guten Tag. Er traut sich wirklich, nachdem Deutschland gestern rausgeflogen ist, einen Deutschlandfahler zu tragen, Flo. Das hört sich. Ey, Flo, ich mach diese Donation jetzt hier, ne? Das hört ja echt nie auf hier. Habt ihr das jetzt weg gemacht? Ich hab sie jetzt weggedrückt, Flo. Das ist ja wirklich... Oh mein Gott. Also eigentlich will ich alle Donations ja stehen lassen. Aber wirklich, das geht doch nicht. Kleiner als 10 macht es so einfach jetzt. Er traut sich wirklich, eine Deutschlandflagge aufzusetzen. Aber jetzt hat er sie abgesetzt. Ich glaub, ich schenke dir mal was, was Kleines, Freunde. Vielleicht ein Biegen hier. Hier ist ein Biegen für dich, Musti. Viel Spaß mit dem Biegen. So, wo hab ich noch keine Spawner reingetragen? Hier sind noch keine Spawner drin. Da packen wir nochmal zwei rein. Da kommt noch einer rein. Und ja, das passt. Die restlichen kommen erst mal wieder aus dem Emetal. Was wollt ihr noch so in den Truhen haben? Alter, wir sind schon 5300 Zuschauer. Das ist doch nicht mehr normal. Das geht ab. Mach die Whitelist aus. Ja, ich kann sie ab und zu mal kurz ausmachen. Also ihr könnt raufkommen. Ach, komm ich deswegen vielleicht nicht rauf, weil du Whitelist an hast? Ja, es kann auch sein. Also du bist jetzt ja eh grad gebannt, oder nicht? Achso, okay. Also, ja Flo, ich wünsche viel Erfolg. Oh mein Gott, du bist so ein Assi. Boxt dich durch, ja. Oh, ich muss dich auch machen. Du bist so ein Assi. Ja, was soll ich denn machen, Flo? Ach, alle, die cool sind, kommen auf die Lobby. Alter, der ist 28 und guckt noch meine Videos, oder was? Das leh ich mal kurz durch im Superchat. Er hat sich nach drei Tagen eine Legende geholt. Richtig krass. Ja, danke dir, ACS-Tolls. Für 11 Euro als Generation. Krass. Krass, da ist der nächste 7 Euro. Ich danke dir auch nochmal für 7 Euro. Wow. Alles Gute zum Geburtstag. Wir schreiben so viele Leute alles Gute zum Geburtstag rein. Das ist nicht mehr normal. So, was wollt ihr noch haben? Schreibt rein, Spawn-Eier. Dia-Blöcke können wir auch auf jeden Fall noch machen. Dia-Blöcke gehen auf jeden Fall klar. Äh, die Frage ist, wie viele? Ich denke mal, ich mach so ein paar Blöcke in jede Tour rein. So. Obwohl, wir machen das vielleicht so. Wir machen den Rand oben aus diesen Blöcken. Das ist gut. Den Rand hier, so. Zack, zack. Ach, heiß. Ich glaube, es schürzt gleich ab. Oh nein, ich muss die Weiters wieder anmachen. Das sind schon 370 Leute online. Oh Gott. Das hat doch kein Server aus. 370 Leute. Was? 370? Es sind, also jetzt gerade sind sogar 375 drauf. Oh mein Gott. Warte mal. Was war, ich glaube 375 Leute waren noch nie auf dem Server und es leckt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es wenig leckt, aber es leckt jetzt nicht so viel. Weißt du? Alter, ist das heftig. als 11 kleiner, 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 als Was wollt ihr noch haben? Common Blöcke? Ne, Common Blöcke können wir nicht machen. Dracheneier. Dracheneier schreiben die Leute. Dracheneier kann ich auf jeden Fall auch noch reinmachen, ganz viele. Und was machst du da mit den Kisten? Ich werde die einfach zerschlagen und dann können die Leute das auch sammeln. Weißt du? Was? Ja, ist doch heute ein großes Event, weißt du? Da können wir das richtig machen. Alter, richtig großzügig. Hä, ist das nicht cool? Ja doch, das ist cool. Das ist richtig cool hier im Portalraum. Ja, Flo, bei dir. Wie Spaß da. Oh mein Gott. So, Dracheneier machen wir, save auch noch ein paar. Boah, das wird echt ein fettes Event. So, hier noch ein paar weitere Dracheneier. So, hier noch ein paar. Also wir brauchen auf jeden Fall noch zwei weitere Items für die Truhen, bevor ich das raushauen kann. Also schreibt ruhig noch Sachen rein, die wir da reinmachen können. So, hier noch und dann da. Mach doch Slash-Sendflotastisch. Ne, ich glaube, das geht nicht, Leute, du. Sobald ich da reinkomme, oder? Ist das? Ja, ja, also du kannst nicht rein. Okay. Du kannst nicht. Ich kann nicht. Ich bin abgehend der Türsteher. Ich kann hier nicht rein. Ich kann nicht machen, Flo, wirklich. 12 kleiner als 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 12 kleiner da will man einfach nett sein und kriegt instant wieder oh mein Gott Ichi Uchisha hat 2 Euro gespendet und schreibt Flo stinkt oh ich hab grad ne Idee Flo kennst du noch die Superblume ähm von deinem Video ja es haben grad auch einige geschrieben ich soll ne Superblume verlosen du könntest mir mal ganz kurz Rechte auf deinem Server geben was hältst du davon Amke warum ich kann auch ein paar Sachen erfinden und Superblumen machen also das Ding ist ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast aber diese Blume ist halt so ne Millionen wert also richtig viel Geld ich hab noch eine in meinem Inventar ich hab die einfach zur Sicherheit hier ich könnte davon eigentlich welche verlosen ja mach doch mal oh ich hab sie fast getroppt also ich glaube sollen wir das machen dann schreibt mal rein in den Chat einfach mal wechsel ich nicht einfach durch mal wechsel ich nicht schreibt mal rein soll man eine Superblume verlosen oder nicht 5400 Zuschauer ist grad das ist echt nicht mehr normal das ist echt heftig so viele Leute am Start mach Pay Sternchen ja wir können mal Pay Sternchen ne Runde machen so komm was ist ein guter Betragsloch yo einer hat 25 Euro donated du bleibst uns weitere 100 Jahre gesund und runter oh Gott bitte ich will dir nicht 100 Jahre ertragen extra 6 aufgemacht um deinen Geburtstag zu feiern liebe Grüße Ex-Quantum-Gast danke dir Ex-Quantum-Gast danke für alles oh krass Flo wie viel soll ich mal an alle raushauen an so money weißt du was ist ein guter Betrag an jeden also jeder bekommt das dann eins eins ja Flo ist heute richtig gönnerhaft du kriegst genau einen einzigen Dollar ne ich weiß wirklich nicht so wirklich wie viel man da geben kann bei dir ist das halt anders ich würde jetzt auf Bausucht würde ich sagen jeden jeden so 10.000 aber das ist bei dir richtig viel ne 10.000 ist viel aber ich meine heute ist halt auch ein Geburtstag Stream wir können auch mal jeden 1.000 also ich sag's mal so Flo 1.000 hat man halt meistens zum Start schon und das ist nicht so viel ok aber es ist halt ein Geburtstag Stream also wir können ruhig was raushauen aber jetzt nicht so 100.000 weißt du ja ok dann nimm doch 10.000 soll ich 10.000 nehmen jeder Spieler 10.000 bam ok aber ich mach jetzt folgendes bevor jetzt sich alle aufregen gleich ich mach nochmal kurz die Whitelist aus wenn ihr es schafft jetzt durchzukommen es ist so ein bisschen Glücksspiel kommt drauf ich werde dann 10.000 drauf fahren und alle die online sind boah das wird mein Kontostand echt nicht gut tun Flo ich hab ich hab zwar noch wie viel hab ich noch 15.000.000 aber das wird ganz schön teuer für mich ähm ja Leute wenn ihr es schafft kommt durch ich denke ich werd's ich probier mal 400 Leute auf den Server zu lassen also wenn 400 drauf sind werde ich wieder zumachen und ich hoffe er stürzt vorher nicht ab yo oh mein Gott er hat 100 Euro rausgehauen was kleiner als 11 er hat 100 Euro du nebstes oh mein Gott yo also dass jemand mir einfach zum Geburtstag 100 Euro schenkt das ist nicht mehr das ist voll viel wirklich Ehrenmann Hashtag Ehrenmann ja schreibt Hashtag Ehrenmann in den Chat das ist echt nicht mehr normal krass Hashtag Ehrenmann so Steve Gaming er findet die Videos cool nice so 366 das sind schon 430 online scheiße oh Gott ich hab zu viel drauf gelassen ne als wenn der Server 430 Leute schafft 430 Leute und keiner davon gibt ich als wenn der Server 435 430 427 als wenn der Server 427 Leute zugelassen hat das kann doch gar nicht gut gehen das das kann doch gar nicht gut gehen ok ich mach jetzt trotzdem Pay Sternchen 10.000 also alle die das kriegen viel Spaß damit ihr kriegt 10.000 Dollar ähm die habt ihr euch auch verdient oder wie das wie das hier grad abgeht das habt ihr euch safe verdient man ja komm ich hau raus gucken ich hab wie viel kostet mich das jetzt alter es hat mich glaube ich gerade 5 Millionen oder so gekostet wow jetzt wo ich rauf kann steht da we are not whitelisted du die Server ich glaub es ja nicht alter abgewege soll ich mal versuchen mich durchzulassen wo bin ich denn jetzt wo bist du Bibi Build Extreme bist auf Extreme okay das ist der einzige wo ich rauf darf ähm ok warte versuche auf die Lobby zu verbinden äh ich komm nirgends hin du kannst gerne mal ich hab grad einfach 5 Millionen Money rausgelassen echt krass aber ich hab gesagt subscribes auch noch ja mein WebEx lädt richtig los ist ja unser Developer feier ich echt so hier kommt noch mal ne Superblume rein Freunde die wird im Event gleich dabei sein mach doch bitte ein Drop Event auf unterschiedlichen Servern auf unterschiedlichen Servern so bekommen alle die jetzt oh mein Gott das ist eine gute Idee wo bin ich die Drops ich kopier das gleich mal ist doch etwas unfair der schreibt noch so nächte 5 Euro umzuschreiben Bowshit ist Shit die Leute gönnen das dir einfach richtig verdient der kleinen Schlingel ihr der kleinen Schlingel oh man wir gehen grad auf die 6000 Zuschauer zu das ist ey heute kann ich nicht mal was gegen sagen weißt du du hast Geburtstag ich sag ich gönn dir einfach alles ich gönn dir einfach alles alter Schwede soll ich mal ganz kurz die Whitelist ausmachen ich versuch vergeblich ah ich bin im Portalraum ja jetzt mach aus ich mach aus komm ganz schnell drauf komm drauf komm drauf ich muss 7 Sekunden warten komm drauf los komm auf jetzt aber los ja ich bin drauf ich bin drauf oh du bist da zum Glück oh mein Gott das ist alles voller Griefer alter 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 ist echt oh mein Gott was hast du getan einige schreiben nicht alle haben das bekommen Leute es kann sein dass es grad so lag dass es einfach ein bisschen dauert ich guck jetzt einfach mal nach ob hier wirklich die Leute nichts bekommen haben 420 Leute von 300 servus ich guck mal nach bei dem Troll hier doch der eine hat es bekommen ich glaube auch viele bezahlen das dann akkus weiter also ich bin mir grad nicht sicher ob die vielleicht auch jetzt einfach nur schreiben sie an sich bekommen damit sie quasi Ersatz bekommen weißt du ja dann ist es halt leider so man kann halt nicht alles immer recht machen also ich muss ehrlich sagen Leute heute das ist so ein bisschen auch natürlich Glücksspiel wer auf den Server kommt wer dann am Ende das kriegt und so das ist halt einfach ich hab ein bisschen Angst ab gell mich spammt hier ein geiler Truthahn voll mit oh mein Gott ich will ein Kind von dir ich möchte keinen geilen Truthahn ja du siehst das nicht das haben wir bei MSG ach so das haben wir die ganze Zeit ich will keinen Keilen Truthahn oh mein Gott und jetzt schnurrt mich gerne an oh mein Gott wie die Leute hier durchtrennen das ist nicht mehr normal Alter das Stream ist einfach nur krank 5700 Leute zuschauen es ist so krass einfach sag mal Flo wie sieht man denn auf YouTube eigentlich die Subscriber also die Unterstützer weißt du ey du kannst mal den Chat anmachen für nur Unterstützer zum Beispiel dann können nur noch die reinschreiben oder äh du musst denen also die haben so ein Icon da vorne weißt du von Namen ich bin ja guter auch 15 Minuten gebannt also ich Leute hat einer 50 Euro im Superchat donated alter oh er will einfach seine GSE gemerged haben ähm ja komm mach das doch mal ja ich glaube ich mach das wirklich also das ist ja 50 Euro ist krass auf CB6 das können wir mal kurz machen ich geh da mal kurz hin ich versuch ich versuch das gar nicht ich bleib auf CB4 ja bleib du ruhig hier Flo bleib du ruhig hier aber ich könnte auch einen Spawner verschenken also hast du noch welche da oder was ich ich hab noch ja wenn du willst verteil doch sagen wir so 10 Spawner oder so einfach ja okay ja kannst du machen wenn du willst slash p a b auto ach guck mal der empfiehlt hier gute Shops und sowas ist ja krass was hat der ah ich hab's ich hab ein Blot hey ich bitte dich schon das vierte Mal aber es ist mir sehr wichtig jo Mopsi boah es leckt alter ist es hier voll ach so du machst einfach eine Kiste ne und dann machst du sie kaputt genau und dann fällt alles runter und man kann das einsammeln weißt du hier mach ich mal oh da kommen Leute zu mir hä ich hab doch gar nicht gesagt wo ich bin ich glaube das wird er hier gemercht haben das mach ich dir mal das hier noch was noch was wird er denn noch gemercht haben ich glaube die beiden können wir schon mal merchen Freunde zack ist das schon mal erledigt alter ist er wirklich so krank also ich würde auch sagen wir machen gleich erstmal das nächste das nächste mein Gott was schreibst du ich kann nichts mehr machen da sind schon so viele obwohl ich gar nicht gesagt hab wo ich bin animatopsie das ist auch Subscriber nice also ich guck mal kurz nach wer alle Subscriber ist aktuell sind es sind sieben ne acht Leute sind jetzt Subscriber Christian oh was oh Christian das ist auch Subscriber der hat gerade der hat einfach live rein Subscribt lol also es ist gerade Christian Subscriber animatopssecret ypex quaffrechte07 banschor grieferschule nikola bokun und snaga lp richtig cool von euch dass ihr subscribed habt krass so hier ist auch schon wieder ein Spieler ich weiß leider gerade nicht was der eine der hier so viel Geld hat reingedonatet hat was der gemercht haben möchte ich bin mir leider einfach nicht ich weiß es nicht Flo weißt du warum lachst du ich kann das nicht verdächtigen wieso kannst du nicht es sind zu ne die Leute sind zu viele auf einen Haufen dass ich nicht mal mehr sehe wo die Kisten hinsen Frieda das ist 20 Euro alter was geht denn dein Stream ab alter ich hätte nicht gedacht dass das einmal ein Geburtstag so eskaliert Freunde wirklich ey wir müssen wir machen auf jeden Fall safe und richtig oh Gott wandi yo mein Gott ich glaub's nicht lieber ever on point es tut mir leid aber irgendwie hab ich nur das hier gefunden zum merchen ich weiß nicht was du noch gemercht willst also viel Spaß damit so wir gehen dann aufs cb4 ich kann nix machen ich komm auch nicht mehr aufs cb4 nee oder nein was das ist jetzt nicht alleine hier die erwarten jetzt abgehend die erwarten alle einen spawner ich kann nicht abbauen ja was soll ich machen das server lässt mich nicht durch ich hab 400 Türsteher hier bei der Kiste was ist das also hä bist du gebannt jetzt oder was nee ich komm einfach nicht durch weißt du ach so weil es so viel los ist ja es ist oh mein Gott ok ich werde den Mopsi der hat das schon so oft gefragt ja auch dem werde ich auch mal einen Merch geben oh ich komm nicht auf cb4 ach ich komm nicht auf cb4 weil ich nicht gewhitelistet bin Flo oh verdammt wie soll ich denn auf cb4 durchkommen hä aber hast du kein OB Klauselmaus ist aufsubscriber krass was hab ich nicht äh ähm ähm wie hieß denn das jetzt ähm hier OB hast du kein OB äh doch aber ich komm irgendwie nicht durch ist der ach guck mal hier ist der Mopsi guten Chuck hallo Mopsi was geht ab ähm also hey alles Gute Proxus danke ich äh oh ich hab ne Methode gefunden äh nein warum hä bitte das bitte noch ach so das sollen wir merchen das machen wir doch mal Mopsi ist doch können wir im Hintergrund machen was danke für die Subscription Alter also die sollen wir merchen das können wir auf jeden Fall machen das hier wahrscheinlich dann das hier auch noch okay und das wahrscheinlich auch noch Brocci den dann Brocci kenne ich noch ja der ist von Sworn MC Alter der Server ist so alt also wenn der von Sworn MC noch ist dann ist der wirklich super alt krass seit zwei Jahren das kann gut sein ich glaube Griefer Games ist letztens tatsächlich zwei Jahre alt geworden das ist wirklich äh wirklich wirklich alt so ich muss jetzt irgendwie wieder zurück auf CB4 kommen Freunde anders ne irgendwie muss ich da durchkommen ich weiß nur leider nicht wie Flo alles gut ich hab's geschafft einen Film zu bauen kann ich mir vielleicht über die Konsole irgendwie die Whitelast ausmachen ich mach nochmal kurz die Whitelast aus damit ich da irgendwie draufkomme über die Konsole das ist glaube ich die einzige Option so kommen wir jetzt wieder durch oh mein Gott ich hab's tatsächlich da wünsche ich der nächste auf CB1 ein Drop Event können wir auch noch machen so so vier Spawner sind geladen danke Alter ein paar Mal in den Chat geschrieben und dann wird sie den User Verkehrszeichen überschreiben wäre dir sehr dankbar also bei dem bei den nein wow nein was ist los Flo was ist los ich hör nichts mehr ich hab gerade in den Chat reingeschrieben seid ihr bereit ich hab die in die Kiste vier Spawner reingemacht damit ich sie abbauen kann und das hab ich ein paar Mal in den Chat geschrieben oh hier sind die alle wurdest du echt wurdest du gekickt Flo ne oder ja wegen Spawner nein jetzt bin ich wieder nicht drauf aber guck mal wie viele Leute hier einfach schon sind wo denn sogar mein Meinungshof ist ein bisschen am hängen oh Gott ich hab noch diesen Skinness geh kurz zu geh kurz zu slash ph flotastisch und verlost die zwei Kisten die da stehen der nächste 10 Euro GWTV Gönnung Alter das ist wirklich nicht mehr normal was hier gerade hier abzieht also für den krassen Support werde ich jetzt safe erstmal die Kiste zünden und die anderen da vorne die super Nummer hau ich auf jeden Fall raus viel Spaß mit den vier Spawner Leute und jetzt werden wir noch da wo die meisten gerade warten hingehen er macht die ganze Zeit kleiner als drei Alter das haben gerade auch richtig viele Leute mit Subscription gemacht ich werd denke ich das andere Mal das vorlieg mal so dabei ist was ist los na du näht ja und Flo ich mag dich auch also nice so aber wir brauchen noch ein Item Leute ein Item brauche ich auf jeden Fall noch was haben wir noch von Item hier für das Event schreibt's mal rein Alter ist das ne Eskalation bei dir das ist wirklich aber macht mir richtig Spaß dass so viele Leute einfach dabei sind der nächste Klausi Maus 50 Euro mit der gratuliert mir ich danke dir wirklich 50 Euro das ist ne Vieh das ist ne Vieh nein wirklich oh nein in das Fettnäpfilm bin ich schon 10 Mal getreten erkennst du sie oder was ja die hat bei mir auch schon im Geburtstags Livestream mal gespendet und ich hab auch er zu ihr gesagt und da war sie ganz traurig Klausi es tut mir sehr leid natürlich danke ich danke ich dir wirklich puh so wir werden das jetzt starten wir brauchen noch ein Item Leute schreibt bitte ein Item rein Dias haben wir schon Hashtag Team Evil schreibt ein Beacons haben wir auch schon Köpfe was wäre denn ein richtig geiler Kopf wir könnten den Beacon Kopf reinpacken wir könnten den Beacon Kopf reinpacken den hier oh so haben wir den Kopf mal ein bisschen raus und ich glaube der ist 5k wert ja den hauen wir raus den hauen wir auf jeden Fall raus mach nochmal für ne Millisekunde die Whitelist aus okay Tego danke dir kann ich machen Flo Achtung und los komm rein komm rein schnell Nächster 50 Euro Fritten sind cool Digga warum 50 Euro das ist so viel Geld er schaut auch schon 2 Jahre zu krass und da wird auch ein 4er Match Fritten sind cool du kannst auch noch ein 4er Match aber ich muss erst dieses Drop Event machen als nächstes wir machen auf jeden Fall auf CW1 danach ein Drop Event Mgplay danke 50 Euro Mb Gameplay wirklich 10 Euro krass so die Köpfe hier kommen da rein ich finde die sehen einfach richtig nein ich hab sie gelöscht oh nein ich hab sie gelöscht oder muss ich sie mit Slash Sky machen die sehen glaube ich dann ein bisschen anders aus aber ist ja nicht nicht so schlimm dann weiß man dass die von diesem Event hier sind und dann packe ich da nochmal auf jeden Fall rein so 80 Euro was 80 Euro was er will auch ein Merch Digga Alter wenn einer 80 Euro donatet dann kriegst du dein Merch das ist ja dann muss ich ja irgendwas zurückgeben bei so viel Geld das ist ja alter keine Ahnung was man da machen soll Leute wirklich ich werd mir das gleich in Ruhe angucken wir machen jetzt erst dieses Event fertig ich lass mich jetzt nicht die ganze Zeit oh nein wo sind die Köpfe hab ich sie fallen lassen wo hab ich die Köpfe grad fallen lassen oh Gott äh der hat im Superchat ich sag's dir nur weil ich weiß es nicht sie hat 7,10 Euro äh alles Gute viel Spaß mit dem Geld kleiner als eine Million alter was so also ich hab jetzt jeder Köpfe also wir müssen die Truhen irgendwie noch ein einmaliger verzauberter abgekopp danke dir Doktor also das kann man ja alles allein schon gar nicht mehr vorlesen was da alles reinkommt ich kann die Köpfe gar nicht mehr in den Tal legen was auch jetzt hab ich sie ja ok ich glaub ich glaub das muss reichen Leute mehr können wir nicht machen ich werd jetzt einfach das ganze Event hier erstmal starten anders geht's einfach nicht anders geht's einfach nicht so wir machen wir starten das ganze jetzt Leute 305 Leute sind am Start ich werd nochmal ganz kurz die Whitelist ausmachen wir lassen ungefähr 400 drauf also kommt ruhig jetzt eben durch wenn ihr es schafft Leute es ist ein bisschen Glück ich weiß ne aber ja ähm ja wir könnten mal auf dem anderen City Build wieder gehen dann machen wir danach ich denk danach werd ich auf CB1 oder sowas gehen oh Gott also warum dein Ernst ja ich weiß ja ich weiß so machen wir Slash Cut schonmal aber das dauert ja auch ewig wie viele Leute sind jetzt schon drauf auf CB4 366 30 vielleicht noch drauf 30 dürfen noch alles Gute zum Geburtstag großer Mach weiter so deine V-Punkte deine Videos sind mega geil danke für das fette Lob alter krass so ich glaube das werden kann gleich starten 375 Leute sind da ihr müsst direkt hier nach hier laufen Leute um teilzunehmen 410 wir müssen ausmachen wir müssen ausmachen Whitelist on zack dann starten wir das ganze würde ich sagen ich baue jetzt die Truhen ab Achtung oh die Leute hier oben müssen natürlich erst noch weg die können hier nicht stehen bleiben die stehen nämlich die können uns alles einfach abgrasen alles Gute zum 21. Geburtstag Lucas bleib gesund und feinere schön mit Freunden das ist nicht mehr cool nee das ist komm schon heute gucke jetzt mal wie also nee ey okay ähm ich weiß jetzt nicht was ich machen soll Flo 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 hat sich gemutet einfach ähm das ist ein bisschen zu krass jetzt gerade alles Gute hätte gerne einen neuen Nürnberger auf CB4 Digga also ich denke ich mach es ich mach es so ich werde auf jeden Fall nach dem Stream nochmal sowas durchgehen mit solchen krassen Wünschen und werde ein paar Sachen noch merchen und so aber how to cook it zombie du kannst nicht 300 Euro donaten Alter das ist ja wirklich das ist voll das ist viel zu viel Alter das ist doch wirklich Leute schreibt mal rein was ihr davon denkt der hat gerade 300 Euro donated im Stream wirklich fettes Danke aber das ist voll Alter krass 300 Euro hat der donated ich kann das sogar gar nicht glauben Leute er hat 300 Euro er hat sogar das ist das krasse ich seh's hier er hat sogar noch die Überweisungskosten er hat 306 sogar bezahlt Digga also wirklich how to cook it zombie fettes fettes Dankeschön ist das viel Geld wirklich krass so ich starte das ganze Event jetzt erstmal ich kann das gerade echt nicht so ein bisschen glauben viel Spaß damit versucht bitte die Einheit zu sammeln irgendwie ich baue jetzt hier alles ab die ganzen die Sachen wie spät sie auch droppen guck mal Leute wie spät die ganzen Sachen hier gerade droppen so es fliegen einfach alle möglichen Sachen durch die Gegend krass gönn dir schreiben einige Alter Ehrenmann ja Leute ohne Scheiß für how to cook it zombie und für den Muxil schreibt mal rein hashtag Ehrenmann how to cook it zombie und hashtag Ehrenmann Muxil wirklich das ist ja krass kannst du meine Grundtücke merken krass 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 ich bin wieder da bin wieder da bin wieder da bin wieder da wo warst du gerade eh ist vielleicht ein bisschen was schief gelaufen auf dem anderen Server ja ja was ist denn ach nix nicht so schlimm es ist alles gut ok ehm ich hab gerade ein also mir hat gerade einer einfach mal du kennst auch how to cook it zombie ne ja der ist bei mir topspender ja der hat gerade 306 Euro donated 300 was also nicht nur das dann kam so ein anderer hier der ähm 300 Muxil hat auch nochmal 100 donated und gerade schweil noch mal 70 also es ist gerade echt ein bisschen zu krass Flo wirklich es ist zu krass auto cook it zombie ohne witz mal du hast ja bei mir auch schon so viel donated der nächste 25 Euro happy birthday was isa art shangl oder art shangl oder so alles gute alles ganz heftig sakai sakaiyashi 15 Euro krass ist sakaiyashi dort wir auf D alter ich Flo wir müssen jetzt irgendwas krasses dafür raushauen oder so ja ich mein doch ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen verpflichtet dass wir irgendwas krasses in dem Stream jetzt hier machen müssen weißt du dann wird das also das kann einfach mal 6000 Leute zugucken dass das die es Leute gibt die so viel Geld donaten das nehmen wir normal auch im Chat kann ich was singen für euch ja Leute wenn ihr was gesungen haben möchtet schreibt es in den Chat ist auch so viele Leute im Stream Chat schreiben hier schreiben einfach was rein und so ist auch hier auf dem Server sind gerade 400 Leute gewesen auf dem einen nicht mehr normal man kann einfach man weiß gar nicht mehr was man hier vorlesen soll das ist es kommen so viele Spenden Nachrichten und alles gleiche es sind ja nicht nur die Spenden weißt du die finde ich ja krass aber auch es gucken 6000 Leute gerade zu ja ja ich sehe es 6000 Leute gucken in dem Stream zu bist du noch auf dem City Build 4 ja einer schreibt macht 500 Euro ne bitte bitte mach das alter da würde ich mich echt da würde ich mich zuerst schieben wenn jemand 500 Euro macht dann muss er auf die Gamescom kommen dann kriegt er dann Merchgeschenk ne also persönlich von mir da fühle ich mich wirklich nicht gut bei auch bei den 300 das ist einfach krass hat er 300 in einer Spende gemacht ja ja das ist eine einzige Spende was in einer Spende ja ich weiß auch nicht warum man sowas macht alter ich hoffe der hat reiche Elf ne ok ne was ist denn was ist denn was ist denn was ist denn los was ist passiert hä was ist denn jetzt passiert hä was ist denn jetzt passiert ich seh noch nix ich seh noch nix es ist die Verzögerung was 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 war das denn war das gerade war das gerade 1000 Euro also hä ich weiß jetzt nicht was hier passiert ist Leute was ich weiß nicht was das was hier gerade abgeht war das 1 Euro 1 Komma oder war das 1000 ich äh ganz ehrlich oh mein Gott was er schreibt Digga er haut einfach 1000 Euro raus Digga ich hab Träger in die Augen was ist denn ich weiß auch nicht ich bin weißt du ich ich kann auf solche Sachen gar nicht reagieren Digga wie 100 Euro der nächste 200 Euro Mann was passiert hier im Stream oh mein Gott also also wirklich jetzt Leute Hä ich werd mal ganz kurz den Tattoo ran hier in so ne ich mach so ne kleine Topliste unten das der was so irgendwie was dafür bekommt aber ich ich werd mir nachher nochmal überlegen ob wir das überhaupt annehmen können oder so das ist ja alter Schwede 200 Euro der Real Koopa das ist ja hier warte ich ich muss das mal kurz laden ich Leute was Digga ich ich wollte vor 15 Minuten essen gehen aber das ist so spannend hier was geht hier ab The Real Koopa kein Wunsch schreibt der Abgeordnete Flo ihr leitet nach nach der Arbeit immer den Feierabend ein super lustig weiter so alter Schwede krank du bist du bist genau so krank wie der anderen äh The Real Koopa es ist auch mega nett die Leute sagen sogar sogar schreiben sogar manchmal bei mir irgendwas nettes rein obwohl du immer so fies zu mir bist abgehört was oh man alter Schwede einfach ne 1000 Euro Donation sowas hab ich noch nie gesehen ich hab sowas noch nie gesehen Leute habt ihr schon mal in irgendeinem deutschen Stream mit 1000 Euro Donation gesehen? echt nicht ich hab jetzt mal ne kleine Toplist und sowas gemacht aber ich weiß auch nicht wer jetzt da quasi erster ist oder so kann man das irgendwie sehen Flo? Linora auch 10 Euro wie der Happy Birthday abgehört ey du kannst das viel Geld einfach du kannst das bei Dippy Stream sehen soll ich's mal nachgucken? ja das dauert nur ganz kurz einloggen und bei Dashboard dann steht ein bisschen runterscrollen dann siehst du dann schon ne ähm schon ne Toplist von Dippy Stream die das gemacht haben alter Schwede ich hab noch nie gesehen sowas ich schreib da auch zu wieviel der einfach rein donatet hat weil das ist das ist ja das nicht mehr normal wirklich sowas hab ich noch niemals gesehen du bist einfach spitze mach weiter so du hast es dir verdient alter sind doch fast 6000 Zuschauer fast 6000 alter Benfried hat grad auch 15 Euro donated dann Ila Saacang oh man der hat auch wieder ne so krass wirklich alter sowas hab ich noch nie in mein Leben ich bin echt dankbar dass ich sowas mal miterleben darf hier da schreiben grad einige Trimax hatte mal ne 5k Donation also ich hab noch nie so ne hohe Donation 5k? also dass jemand im deutschen Raum ne 5000 Euro Donation ich kenn das nur von so ähm du weißt du ja schon wollte ich grad sagen also ohne Scheiß wenn jemand so viel Geld spendet ich glaub ich würd zur Polizei gehen oder so auch bei den 1000 Euro das ist ja das ist ja auch schon das ist vierstellig weißt du ich hab ich muss mir nachher mal in Ruhe überlegen was ich da tue das ist unnormal eine 1000 Euro das ist aber es gibt einfach keinen Grund dass jemand so viel Geld mir einfach so schenkt weißt du keine Ahnung krass wirklich aber fettes fettes Dankeschön wenn das ernst gemeint ist und das nicht irgendwie Betrug ist oder so ich mach mir grad ein bisschen Sorgen fettes fettes Dankeschön wirklich oh mein Gott ist das krank Puh ja die Leute schreiben jetzt Flo du musst singen also die wollen jetzt als Belohnung dass du singst Flo anders anders geht's halt nicht ne was soll ich singen nein nein das war doch nur ein Spaß aber die Leute schreiben du sollst singen hä ich dachte wir werden alle nein sagen hä ich kann doch gar nicht singen ich kann nur alle meine Enten singen bitte Grundschirm aufzeigen oh mein Gott soll ich alle meine Enten singen nee das will doch keiner hören das hast du doch gerade erfunden das hast du doch gerade erfunden hier auch danke nochmal an Sefirot und New Game und Only Bobalob die auch richtig viel rein donated haben klang Lenora auch sick sick Leute wir müssen jetzt irgendwas krasses machen der Stream ist schon so krass von euch ihr seid so heftig am Start es sind auch einfach 13 Subscriber jetzt hier ich guck mal nach wie viel es genau sind OpenFly Subscriber BuyObst Cybert Gesicht ist neu Klausimaus W.A.S.C. also Wask Christian das ist mein Freund da es sind so viele Leute hier am Start Isralle Ade danke dir man da schreibt der nächste Spieler sing Flo Flo sing ich schreibe alle das jetzt singen oh das ist so peinlich also ich finde sogar Flo wenn die das so sehr fordern sollten wir den vielleicht den Düsseldchen füllen aber alle meine Enten zu singen im Livestream ist auch sowas von peinlich oh mein Gott warum denn ich ich bin doch einfach nur der Gast aber du hast doch gesagt du willst singen Flo oh mein Gott willst du ein Düsseldchen bringen alle meine Enten schwimmen auf dem See schwimmen auf dem See schwimmen auf dem See hör mir nun das Wasser okay wir machen nein nein da ist halt die Klappe nur bitte das ist das ist das ist ich wollte dich fragen bitte keiner aufnehmen bitte ich schenke mich selber oh mein Gott ich bin fix und fertig krass ich bin fix und fertig krass serviceberater danke dir nochmal und die Vipax ähm die Vipax hat auch ganz schlecht wo soll es singen ähm Leute machen das folgendes bitte wir sind grad 6000 Leute jeder der gerade guckt schreibt mal bitte kurz in den Stream Chat was wir mal richtig also was wir richtig krank ist auf dem Server jetzt raushauen könnten ich denke ich werde es aufs cb1 machen da sind grad 380 Leute online ähm wir haben ja grad schon ein fettes Drop Event mit einer Superblume gemacht wir könnten auch nochmal wisst ihr was ich hau jetzt grad mal spontan hier noch so eine Superblume raus oder sowas oh ich bin nicht mehr gepannt Whitelist aus ja ja ich mach sie aus soll ich ausmachen ja Whitelist off okay dann kommt durch ganz schnell ja ja ich bin drauf oh mein Gott ich bin drauf okay zack so ist wieder an nice so was hab ich denn so in der EC was wir jetzt spontan mal während ihr was schreibt ähm verlosen können ich denke eine Superblume wird auf jeden Fall noch rausgehauen werden oh eins von diesen krassen ähm neuen Eiern wenn wir raushauen oh ein Subscriber nice MB Gameplay dazu bleibt danke dir alter dann noch so ein Zwieback Zwieback wieso hab ich so viel Zwiebacks hier wer hat mir die gegeben Leute hä woher kommen die alle lass den Block können wir auch mal raushauen hier ein paar davon auch Marcelin krieg ich einen Burger oh das ist voll lieb ich hab so Hunger ich danke dir das ist die Beste wirklich guck mal Leute was ich bekomme wir werden einfach einen Burger bekommen der ist selbst gemacht ne was oh wie lieb danke dir alter wie nett dankeschön okay oh mein Gott und wo ist meiner musst du michelle fragen außer was du gar nicht Geburtstag deswegen ja so klasse ja Selin ist wirklich super lieb bei Obst danke dir so ich werde das hier einfach mal ein bisschen am Spawn verteilen würde ich sagen also sucht ruhig am Spawn so ein bisschen hier werden jetzt gleich ein paar Items liegen und ich werde eben auch eine Superblume raushauen ich machs auch so Freunde bei der Superblume ganz kurz ich werde die ich mach das folgendermaßen ich mach das auf cb1 da kann man jetzt die Superblume finden die ist ja anscheinend ne Millionen wert ich mach kurz Minecraft aus und werde sie jetzt irgendwo verstecken ich werde nicht sagen wo ich werde auch nicht zeigen wo aber wer sie quasi zuerst sieht kann sie einsammeln jetzt auf cb1 und kann sie einfach gönnen ich will sie haben wo ist sie ja dann such sie doch was du versteckst sie einfach irgendwo ich hab sie jetzt schon versteckt ja hä am Spawn am Spawn am Spawn oder am Spawn irgendwo ja Eli ist Subscriber hi Eli einfach getroppt einfach getroppt ja da liegt jetzt ein Item einer Million Wert drin oh mein Gott ich gebe jemanden für die Subscription herzlich willkommen in der Hashtag AbgaArmy aber auch der Sauber das wer so hat am Leggen so was haben die Leute denn geschrieben hier ein Spawner Drop Event einen Spawn Grief kannst du mein GL oh ja 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 der Trailer hat doch grad schon was zu Nated oder nicht also nochmal ganz kurz dazu ich werde das folgendermaßen machen zu den ähm ganzen Leuten die so richtig krank rein und Nated haben ich fühl mich da echt ein bisschen verpflichtet ich werde nach dem Stream werde ich mal gucken was ihr so geschrieben habt und so weil das ist grad einfach es geht so krass ab und werde dann nochmal gucken was ihr geschrieben habt und das auch machen also Trailer zum Beispiel bei dir guck ich mal an ja du hast so krass unterstützt so krass Donated es einfach ich möchte wirklich nicht dass ihr Donated nur deswegen wisst ihr aber es ist Donated einfach so und sagen halt zum Glück und sowas ich fühl mich da einfach verpflichtet es ist zu krass ich weiß nicht ob ihr das verstehen könnt auch der Augsfelder danke für die Subscription ja jeder einen Gratisrang boah ich weiß nicht wie wir das umsetzen können mit so einem Gratisrang das ist äh man kann leider nicht einfach sagen jetzt ist es gratis wisst ihr oh nein doch nicht oh ich dachte ich hab diese Blume hm oh man einer schreibt er hat die Blume kannst du mal nachgucken ab gell wer denn Bim Dixan ok Bim Dixan Bim Dixan Bim Dixan Bim Dixan ok ich guck mal nach hat er sie hey oh Gott sei Dank er schreibt nämlich hat sie vielleicht an der IC weil er Angst hat zu sterben ne hat sie gar nicht der lügt voll hä Dixan du Angeber er hat nur ne deutsche Flagge haha oh man also mal ganz kurz zum Spiel gestern ich hab ja los die Maus du bist aufs Schreiber hässlich mit Flo und der Abge Ami ähm ich hab gestern mit Flo das war gestern Mittwoch ne oh Gott ja ich hab gestern mit Flo zum ersten Mal nach Flo Fußball gesehen da hab ich einfach gefragt äh das dauert glaube ich den Freistoß ne oh Gott warum die Leute sich da so komisch hinstellen oder so oh Abge komm schon aber ganz ehrlich wie die Deutschen gestern gespielt haben ich glaub ich hätte Flo das gar nicht zeigen müssen ich finde die haben die haben wirklich nicht gut gespielt oder Flo ja glaub sogar du hast das erkannt also ich denke nicht also ich das Problem ist halt Leute ich kann mit Fußball nicht so viel anfangen weil ich keine Ahnung davon habe und Abge ich glaube ich hab Abge auch gestern richtig genervt damit ich hab ihn locker 500 Fragen über Fußball gestellt und aber ich glaube die waren echt nicht so gut ich hab auch nicht verstanden warum der Tormann am Ende dann rausgegangen ist aus seinem Tor ja also am Ende ist ja Manuel Neuer ist ja aus dem Tor gegangen wisst ihr weil er quasi noch helfen wollte diese zwei Tore zu schießen die wir brauchten lustiger oh danke ähm und das Ding ist einfach mhm Flo hat gefragt warum geht der raus und so weil ne dann ist ja keiner im Tor und dann haben wir ja auch ein Tor reinbekommen ähm ja es war wirklich sehr sehr lustig aber das war einfach peinlich das Spiel gestern also ich finde wie das hat Neuer glaub ich ganz gut gesagt es war erbärmlich es war echt echt schlecht hat er das selber gesagt ja doch danach war Neuer ja also der Torwart halt der nachher rausgegangen ist der ist ja Manuel Neuer den kennst du bestimmt aus der Werbung ja den kenn ich ja ja der ist äh danach hat er ein Interview gemacht und hat gesagt ja war ziemlich doof und sowas und sein letztes Wort war einfach wir waren erbärmlich so weißt du so sein Abschluss aber er hat das Text wirklich nicht gut aber das feiere ich dann auch wieder an so einem Neuer weißt du er sagt halt also gibt's auch so Leute die sagen wir waren nicht so gut nächstes Jahr ist besser wir sind feier die nächste 50 Euro Baumhuli oh mein Gott von der Baum von der Baum Army Punch von der Baum Army Punch würde mich freuen wenn du mein drittes bis ältest Blot auf CB3 von der Baum Army danke Alter 50 Euro krass richtig krass ähm was wollte ich jetzt sagen also was ich feiere ist bei Neuer dass er einfach mal sagt ja wir waren halt scheiße und fertig und ich so Leute in zwei Jahren ist eh wieder besser sowas halt ist ist einfach nicht angebracht nach so einem Spiel finde ich ich hab da leider nicht so viel Ahnung gehabt aber ich hab mir heute sogar ein paar YouTube Videos ähm angeguckt tatsächlich über Fußball und da gibt's ja doch einige coole Dinge so ich hab mir ein Best of ich hab jetzt vergessen wie der nochmal heißt Cristiano Ronaldo so hieß der ähm und Manuel Neuer hab ich mir angeguckt und ich glaub dass Fußball doch ganz spannend sein kann aber ja mal gucken vielleicht werd ich ja noch Fußball Fan oder das könnten wir mal machen Flo irgendwann gehen wir hin und wir gucken uns dann ein Fußball Spiel an oder sowas ja oder ich komm mal achso ich weiß ja gar nicht ob das ähm öffentlich ist alles gut was denn? ne ne passt schon achso okay aber ja wir können ja wir können aber gerne mal ein Fußball Spiel angucken klar so ich mach mal ganz kurz jetzt hier nochmal ne Runde das scheint mir grad ziemlich viele Leute ich soll mal ein bisschen Geld payen 5,000 Euro ich glaub das so viel Geld kostet wieder krass Mopsy du hast wieder was geschrieben hab ich nicht vorhin die Spende von Mopsy auch gezeigt und so warte ich guck mal nach es wäre sehr nett wenn du ein Schild dahin machst ich guck mal nach dem Stimm wirklich alles durch Leute so viel Spaß mit dem Geld was kam noch so für Vorschläge ich scroll nochmal ein bisschen hoch was hier alles noch so kam oh wir sollen Merch freigeben für eine Stunde pfff alter boah das wird aber die Datenbank belasten du das wäre wirklich wirklich krank das wäre wirklich wirklich krank aufpassen nicht dass du dann am Ende ganz viel kaputte Plots oder so hast ne und dann warte mal Flo was ist denn grad im Super Chat passiert warum da sind 3,50 Euro Donations einfach hä NAN was hä ähm ever on point ja krass ich danke dir alter das ist alles der gleiche der hat einfach 150 Euro donated ne ja das eine hast du schon gelesen gehabt oder ich weiß es gar nicht also wirklich ever on point bist auch krank bist einfach nur krank krank ich schreib den auch mal in die Topliste ich glaub der ist ja auch dabei alter Schwede krass krass der nächste ich soll pay 25.000 machen boah ich weiß nicht wir brauchen noch Ideen Leute wir brauchen noch krasse Ideen Fußball ist eh ein dummer Sport ja wir Österreicher sind halt besser im Fußball ne das ist halt einfach ja ihr kommt erst gar nicht ne wir kommen erst gar nicht damit wir uns nicht blamieren das macht uns besser ja wir sind echt nicht gut im Fußball ist das wirklich so dass ihr so schlecht seid oder was ich kenne mich dafür zu wenig aus aber sagen halt alle dass wir ziemlich schlecht sind also glaube ich auch dass wir schlecht sind ne ich bin mir nicht sicher können ja mal alle Leute in den Chat schreiben ist Österreich schlecht im Fußball oder gut ich hab einfach schlecht oder gut rein äh ja schlecht also aber jetzt mal ohne Witz Österreich ich glaub bei euch spielt nicht so viel Fußball oder? gibt's bei euch so viel Fußball? also ich nicht ne? ähm ja doch tatsächlich ja eben schon alter nein boah ich hab grad ne Idee Flo ich war jetzt ja bei dir das heißt du willst ja bald zu mir kommen ne? ja wollen wir es mal so machen ne 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 doch komm komm bitte bitte Flo das machen wir oh komm komm du willst mich doch nur blamieren bis zu mir nicht mehr oh mein Gott also ich glaube es wäre mega lustig Leute das machen wir oh mein Gott mobs hier auch nochmal fettes Dankeschön wir machen das Flo wenn du zu mir kommst wir machen eine Fußball Challenge okay wir haben ja sogar so Plätze wo man das gut machen kann das wird richtig das wird richtig ich glaube weißt du ob man schießt Flo oder? womit schießt du immer? mit der Spitze okay das wird richtig das machen wir Leute das machen wir oh komm ich mach mich doch zum ab nein abge ja abge teleportier dich schnell zu mir ok ich komm tpo flotastisch Philo hat grad geschrieben er macht ein Highlight Video bist du bei mir? du musst jetzt schnell sein du musst schnell sein ok dann komm ich jetzt erstmal ganz schnell ja ich bin bei dir ja äh wo bin ich? äh bei Bantor bin ich am Sporn oder was? ne nicht in Sporn warte mal du bist welcher CB bist du denn? nix fast schon ich erzähl's dir jetzt lieber nicht ich glaub du hast mich was hast du gemacht? ich bin gestorben hä mit den Spornern ja auf welchem CB denn? auf CB1 aber ich weiß nicht wo abge äh aber du bist doch gar nicht in der Liste hä wo bist du denn online? ja weil ich ich wurde jetzt gekickt ich hab nicht auf wiederbeleben gekickt wie hieß der? ja flotastisch hä? der ist aufgesammelt halt meine ich das ich weiß es nicht ich weiß nicht ob es überhaupt schon jemand gesehen hat nein es liegt wahrscheinlich noch da es liegt wahrscheinlich noch da rum es tut mir leid alter Flo es tut mir so leid alter tag ok wie ok 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 kurz nochmal zum Highlight Leute ähm wenn ihr bock habt auch wie Filou gerade macht ruhig ein Highlight von diesem Stream der ist ja so krass gewesen allein mit der 1000 Euro Donation und sowas macht gerne ein Highlight und vielleicht lade ich das sogar bei mir hoch und sag dann halt natürlich auch dass ihr das gemacht habt und sowas das wäre richtig nice also wenn einer bock hat dann macht das ruhig so Waitlist aus schnell dann kann ich da noch hinlaufen ach so die hat keiner eingesammelt oder was nein ich glaube ich bin gesperrt ja irgendwo liegen sie rum aber ich will nicht sagen wo ja das wenn ich das jetzt sage hä dann kannst du es mir schreiben hier privat ok schreib es mir Bantor hat es hat Bantor die eingesammelt es schreiben richtig viel Bantor hat sie ok wenn Bantor hat sie hat ist ja alles gut ok nice das ist gut Bantor bester Mann sorry Leute was wollen wir jetzt raus wir können erstmal das das Grief Event am Spawn machen das ist eine gute Idee ich würde sagen wir machen einfach mal komm das ist jetzt einfach wir gönnen das mal Petras Sternchen zack wir machen einmal den Grief am Spawn gönnt euch mal einfach hier den Spawn wenn ihr Bock habt viel Spaß dabei Verkehrszeichen danke dir für 2 Euro als der Nation könntest du auf Cb6 ein Drop Event machen und gegebenenfalls mein Plot merken sonst kann ich nicht anfangen zu dann machen wir komm wir machen ein Speed Drop Event jetzt Position 1 Position 2 Set Chess machen wir das hat funktioniert da mach ich jetzt irgendwas cooles rein das werde ich jetzt ganz schnell hier einfach raus trocken das werde ich jetzt ganz schnell hier einfach raus trocken wirklich absolut abgeblendet mich selber gerade hier bei uns gibt es jetzt Essen deswegen gehe ich jetzt erstmal essen ok dann wünsche ich dir einen guten Hunger Flo danke danke euch allen noch viel Spaß und so dir noch einen schönen Geburtstag bis später ne ja viel Spaß beim Essen Flo tschüss 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 Leute so das heißt Flo ist jetzt raus aber wir machen jetzt mal kurz dieses Schwert fertig und mal gucken ich würde erstmal sagen wir nennen das auf jeden Fall anders das nennen wir hier nicht irgendwie Diamantschwert sondern das nennen wir anders habt ihr einen Vorschlag für einen Namen? wie wäre es mit ähm OP-Schwert ist langweilig OP-Hacker-Schwert oder sowas wer den coolsten Namen reinschreibt den nehmen wir ich versuche mal den Chat mitzulesen leider ist es halt super schnell aber auch wenn ihr noch Ideen habt für einen Drop Event bitte schreibt das einfach da rein ich versuche alles mitzulesen tschüss Flo schreiben einige wie alt ich geworden bin ich bin 21 geworden endlich ist er weg schreibt jemand oh mein Gott ich freu dich auf das Video morgen mit dem Bausuchvirus das war geil Alter ist doch lecker Schieß Alter Zoline ist lecker gemacht krass Abges Superschwert Abges Abgehäckerschwert da war ein richtig guter Name warte mal was war das denn hier ah ne guten Hunger schreibt der nur Skalibur Abgespimmel ok super Schwert Marcelin naa der ist richtig lecker wirklich willst du mit dabei sein kurz? ja dann nimm sie den Stuhl komm her ja ich brauch grad nen Namen für ein Schwert was ich jetzt rausholen werde auf dem Server hier was willst du mit dem Schwert? alles Gute zum Geburtstag kannst du mein Grundstück mit dem linken zusammen machen kleiner als drei ähm wir nennen das Birthday Klinge ist das ein guter Name? ja sicher? du hast du ein guter ja? ok dann nennen wir das Birthday Klinge wir machen das aber bunt oder? äh so ich versuche das nicht mehr möglich bunt zu machen ob das funktioniert äh nehmen wir noch die Farbe hier Börs 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 soll man das Börs Klinge nur nennen? ist das cooler? ich hab nicht so viel Platz weißt du? ok dann nennen wir das Börs Klinge so und dann 4 und äh Klinge so gucken ob das cool wird zack Börs Klinge so nennen wir das was für eine Verzauberung wollen wir nehmen Céline? irgendwas cooles Filou mach weiter so ja danke dir oh wir nehmen auf jeden Fall Glück oder? Glück das ist immer gut ja ok dann nehmen wir Luck und welches Level? und wohin geht's nach unten? ähm wir können 100 nehmen zum Beispiel ich weiß aber nicht ob es dann irgendwas das darf auch nicht zu krass sein weißt du vielleicht nehmen wir einfach Luck 5 ok ok tu's gut? ja Leute schreibt mal rein ist das ein gutes Schwert? das werde ich dann nämlich gleich auf CW1 ein bisschen raus trocken so wir machen nochmal hier wie viel sind denn auf dem Server? 110 Leute sind auf dem Farmserver komm dann machen wir mal ein bisschen was hier an die Leute raus zack gönnt euch das viel Spaß Tobi danke dir so 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 hey ich spiele seit ca 2 Jahren und habe kaum noch Lust und würde jetzt gerne ein 12er Merck bebauen bitte Wäre nett wenn du mir das schenken kannst und alles Gutes TPS CB4 damals CB1 weiß noch damals also das Schwert ist schlecht sollen wir was besseres drauf machen? ist das echt zu schlecht Leute? brauchst du noch was krasseres? wie wärs mit wir könnten nochmal all damage 10 machen ist das dann besser? wenn es Schärfe 10 hat das gibt es ja eigentlich gar nicht Schärfe 10 Bräuter Lea danke dir Mann willst du was trinken? ja bitte der läuft grad so Gruselmusik Selin echt? ja so jetzt besser so ist das besser mit Schärfe 10 Leute? ist das dann coole Schwert? schreibt es in den Chat rein schreibt es bitte in den Chat rein Alles Gute und mach weiter so. Was für ein Köpfe versteckt meinst du denn? Hololoy! Oh ne, den kenn ich doch. Warte mal, ich glaub der Hololoy war einer, der hat ganz viel gehackt früher. Ah, deswegen will er auch in Bann werden. Aber danke dir, Hololoy. Ach komm, weißt du was, weil heute Geburtstag ist, hier werd ich wirklich mal in Bann. Du bist wahrscheinlich hier gebannt für die 20 oder für die 99. Du kriegst heute eine zweite Chance. Aber wehe, Hololoy, ich sag's dir. Wenn du wieder scheiße baust, dann fahre ich dich und zwar ganz, ganz lange. Und dann kriegst du keine zweite Chance, ich sag's dir. So wird das laufen. Ich würde sagen, wir testen das Schwert, Marcelin. Nehmen wir uns mal ein Schwein. Meinst du, das Schwein ist mal ein Hit? Also so ist das Schwert, glaub ich, stark genug mit 21 einfach. Oh, das geht. Das leckt hier leider grad mega, weil so viele Leute da bisher warst du. Ah ne, ich kann jetzt abbauen. Oh, sorry, sorry. Dann geh ich mal schnell nach außen. Looting, sollen wir auch? Looting 21, ist das nicht viel zu krass? Warte mal, Enchant, Looting 21 noch. Dieses Schwert ist dann aber wirklich sick. Sollen wir das wirklich so raushauen, Celine? Ja, zeig doch jetzt mal, was ich mach. Whitelist on machen wir. Ich muss mal so ein Schwein spawnen. Ja, da stehen doch Schweine. Da waren doch Schweine. Okay, okay. Ich glaub, ich kann auch gar nicht hier Schweine spawnen. Ja. Warte, dann spawn ich jetzt einfach so welche. Spawn Mob. Pick. 20. So. Das sind jetzt Schweine. Ich guck mal, wie das jetzt reagiert, das Schwert. Achtung. Bups. Oh, man kriegt auf jeden Fall richtig viel, ähm... 13 kriegt man 13 Schweine in der Fleisch bei einem Schwein. Und das macht das One-Hit. Alter, ist das... Ist das gut, das Schwert. Alter, das ist wirklich, wirklich stark. Alles Gute. Wow. Skyguy hat mir grad 10 Euro dann hittet. Jo. Also ich muss ehrlich sagen, ähm... Ich hatte ja früher viel mit Skyguy und Foxy zu tun. Mittlerweile gar nicht mehr so viel. Aber ich danke euch trotzdem, Alter. Cool von euch. So, ähm... Aber wenn wir schon so viel, äh, Lack und so drauf haben und looting, müssten wir eigentlich auch noch auf das Schwert, ähm... Fire drauf hauen. Warum? Ähm, warte, ich zeig's dir mal. Wenn man jetzt noch Feuer drauf macht, ach so, dann kommt gekröntes Fleisch raus, ne? Genau. Ja. Dann müsste eigentlich... Ich probier das mal aus hier. Spawn Mob. Hau mal ein paar Lucky Blöcke raus. Hab's Spawn da. Danke dafür 20 Euro. Lucky Blöcke ist eine super Idee. Boah, das ist eine richtig gute Idee. Das könnten wir auch noch machen. Alter, wenn ihr euch das Schwert hier mal anguckt, Freunde. Guckt mal, wie krass das ist. Linora! Ja, ich hatte einen Masch-GS verdient. Danke für den Nation. Die G97 Tamar-MW29 Netrix, Divin Elix und Shahin 58X Bitte merke die G-SSE doch nach dem Stream. Liebegeber. Ihr guckt mal nachher mal an auf CB8, weil du hast recht, dass CB8 sind leider nicht so viele Spieler, deswegen bin ich da auch nicht so oft. Aber ich glaube, er wächst gerade ziemlich, dass es C-T-B-8 seitdem, dass kein C-T-B-HP mehr ist. Leute, schreibt mal rein. Sollen wir die Burst-Klinge so raushauen? Die hat 33,2 mal 2,5 Angriffstraten. Das ist also wirklich, wirklich stark. Und nicht mal Lucky Blöcke sollten wir auch noch auf CB1 ein bisschen raushauen. Wali-Gyves, danke dir. Ich wette, du hast es falsch ausgesprochen. Meinst du? Ja, es war bestimmt Wali-Gyves, weißt du? Wali-Gyves? Ja. Wali-Gyves, ja, kann auch sein. Okay. Was sind immer noch 5300 Leute einfach umzugucken? Genau so, wie du dir gestern Births sagst. Du bist so süß. Wie heißt es denn? Ja, du sprichst das TH nicht richtig aus. Birth. Weißt du? Arsch. Veräppelst du mich einfach an meinem Geburtstag? Ich bin so gemein. Mies. Oh Mann. Jetzt schreiben die Leute ja. Da fehlt Haltbarkeit. Aber Leute, wenn wir noch Haltbarkeit draufhauen, ist das Schwert einfach zu krass. Also wir machen das ohne Haltbarkeit, dass es quasi irgendwann auch kaputt ist. Und das würde ich sagen, hauen wir mal raus auf CB1 jetzt. Wir haben ja unser Mini-Event. Ja, wie vorhin. Silky Rot, danke, die für 10 Euro nochmal. Wir mussten 3 Tage einen Penis als Spawn ertrage. Ach so. Elin ist die beste, wie sie abgeversorgt. Du musst wissen. Auf CB8. Abgläser dankbar und sei lieb zu ihr, sonst kracht es nicht. Oh, ich sei lieb zu dir sein. Was? Das Ding ist einfach, Zibak, also der Moderator hat ja auf CB8 den Spawn gelöscht. Und dann habe ich da so provisorische Aussichtsplattformen gebaut, die halt aussah wie so ein Penis. Und dann schreibt sie, CB8 wird immer so vernachlässigt. Wir mussten sogar einen Penis ertragen. Das stimmt halt einfach. Oh, was ist denn mit dem Spawn passiert? Wow. Ja, moin. Was ist denn mit dem Spawn passiert hier? Alter Schwede. Der sieht aber nicht gesund aus, Leute. Ich habe gerade mal noch eine Torch hier. So. Gut. Das ist, wenn die Leute den Spawn griefen können, kommt das bei raus. Wo habe ich denn meine Truhe? Weil dann werde ich das jetzt raushauen. Kommt an auf CB1, Leute. Also ganz schnell, wenn ihr so ein Schwert gewinnen wollt. Ist die Weiters noch an, dann mache ich sie schnell aus. Weiters auf. So. Dann müsstet ihr jetzt drauf kommen. Ich mache sie aber nur kurz aus, weil sonst wird das Zauber gleich wieder crashen. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Ich glaube, meine Truhe wurde leider abgebaut. Was steht da? Oh, das sind Schilder. Hallo, was ist denn hier los? Bitte. Marek, die möchte irgendwas gelöscht haben und so. Gemerscht haben. Abges. Irgendwas. Achso, Abges. Ja, Celine. Ja, was Abges. Hm. Okay. Gut, alles klar. Ja, aber warum sind deine Minecraft-Eier weiß? Ja, gut. Hm. Hi, Fwax. Ich danke dir für 2 Euro. Ähm, da-dum. So. Ich werde, glaube ich, das so machen. Meine Truhe ist ja leider weg. Herzlichen Glückwunsch zum Support. Das wäre nett, wenn du ein Schild vor meines zweiten GS auf CB3 setzen kühlen. Endtest-LT. Diese Klinge hier so ein bisschen, ich glaube, ich mache 9 Stück, oder? 9 Burst-Klingen, ist das gut? Ja, das reicht, glaube ich. Okay. Okay, dann machen wir 9 Burst-Klingen und die werde ich jetzt... Du machst 1 und 2 andere. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Warum? Ich habe zu lange die White-Tests ausgelassen. 400 Leute, okay. 400... Boah, ich hoffe, der Server schlöst nicht ab. 400 schafft er vielleicht gerade noch so. Die schreiben schon Whip-Server und sowas. Okay, 21 soll ich machen, wirklich? 21 Burst-Klingen? Ja, ich schon, oder? Okay, dann machen wir 21 Burst-Klingen. Ja, okay, können wir machen. Sind das 21 jetzt? Hallo, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 50 Euro. Snake in my pants. Danke dir, Mann. Ich denke, bei dir werde ich später auch nochmal nach dem Spiel vorbeigucken. Klingt der Merch. Ja, krass. Krass. Das sind 21 Stück, ne? Ja. Gut, dann machen wir das so. Das ist eigentlich noch mal ganz so was nach. Und aus Quarz, Stufen bitte. Der nächste hier auch wieder. Alter, das ist wieder. Ferdi MT, ich danke dir. Glückwunsch zum Geburtstag. Achso, der möchte was gemerscht haben. Hat er noch was geschrieben? Ah, okay. Ich gucke das mir nach dem Stream an. Snake in my pants. Und Edelwolf, YouTube, mach mal die Überwurst aus Lill auf CB1. Ferdi, Dankeschön. Hast du das von mitbekommen hier, Celine? Der Taduran hat einfach 1000 Euro. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Alles Gute, schau mal, CB1, PH-Tövich, kann mir die Grünspückel, um ein 4-Emerge noch dazugeben. Der Artics, 201 Euro hast du noch Taduran. Sind alle leer und will weit erbauen. Willst du mich verarschen? Bei Plünderung, Schwert aufpassen, wenn das geduppt wird. Ich soll bei CB1 vorbeigucken und seine 4-Emerge machen. So viel von den Mops. Okay, mit dem... Besteich. Okay. Also so artig. Für 201 Euro. Ich glaube, du bist so gerade mit in der Top-Liste. Ich guck mal ganz kurz nach. Ja, wenn ich hier mal schaue, du bist auf jeden Fall in der Top-Liste. Ich packe dich auch in die Top-Liste für diese kranke Donation, Alter, wirklich. Fettes, fettes Dankeschön. Diese Artics. Du hast damit jetzt... Du hast 206 Euro schon heute im Stream rausgehauen. Krank. Einfach nur krank. So, das schreiben wir jetzt hier rein. Du bist damit Dritter. 206. So. Fettes Dankeschön. Wirklich, das 200 Euro ist krass. Einfach krass. Puh. Also einige haben geschrieben, Plünderung muss ich aufpassen und so. Weil eben man damit quasi OP-Sachen fahren kann und sowas. Ich denke... Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe für alles Gute und feier schön D. Könntest du dann auf CB3? Damit es nicht Leute sagen, hey, damit kann man so krass was raushauen. Ich werde das Schwert ein bisschen abnutzen. Ich werde die ganzen Schwerter ein bisschen abnutzen müssen. Alles Gute würdest du mir auf ein GS werden. Danke dir, Mann. 10 Euro. Ich gucke mir später das an wegen der Merch. Keine Sorge. Also ich werde später nochmal quasi durchgehen. Bei den Leuten, die einfach krank reingestunden haben, werde ich mal gucken, was sie geschrieben haben. Weil ich kann gerade unmöglich auf alles hier eingehen. Das ist so krass, was ihr gerade hier raushaut. In meinem Geburtstagstream. Wirklich nicht mehr normal. Nummerier doch die Schwerter. Der nächste Aux-Failer, den habe ich auch schon zigmal donated. Dann sieht man, ob es eventuell verdoppelt wurde. Die Schwerter nummerieren? Ja, oh, das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Wir müssen erstmal wieder alle Schwerter löschen. Ich mache sie erstmal wieder alle weg, Freunde. So, die kommen alle. Zack, zack, zack. Warte, ich kann mal eins einfach in meine EC packen. Ich packe mal ein so ein Schwert in meine EC zur Sicherheit. Und dann werden wir das Schwert hier erstmal ein bisschen abnutzen müssen. So, dafür brauchen wir natürlich ein bisschen irgendwas hier zum Töten halt. Ich mache einfach mal 100 Schweine hin. So. Wo sind die jetzt gelandet? Schweine. Ach doch. Oh, hallo. Die sind da unten gelandet. MB Gameplay hat auch schon zigmal reingehauen. Danke für den Mann. Ich komme später auch bei dir vorbei, MB Gameplay. Also ich probiere später mich bei einem vorbeizugucken. Ich tue mein Bestes. Versprochen. Martin W. Ich schreibe auch. 10,99 hätte ich noch reingehauen. Krass. So, ich werde das jetzt ein bisschen abnutzen. Dass nicht zu viele Schläge quasi überbleiben. Aber man kann theoretisch... Ich kann das euch eigentlich auch zeigen. Wir geben eine Neta. Ich zeige euch das mal hier in Neta. Wenn ich hier nämlich bin... Mein GS... Kannst du mich bitte in meinen Block moving? X-Quantum-Gastion wieder. Ihr passt so gut zusammen. Ähm... Ich... Also danke dir. Wenn du einundzwanzig von den Schwertern raushaust, dann sind es nächste Woche ein Tausend. Meinst du, Saatix... Du hast ja auch gerade hier die 200 Euro der Neta gemacht. Glaubst du wirklich... Du kannst übrigens auch im normalen Chat schreiben. Ich probiere da immer mitzulesen. Aber da wird halt sehr viel geschrieben. Ähm... Glaubst du wirklich, dass Duplizieren gerade noch geht? Weil ich glaube, dass Duplizieren gerade auf dem Server nicht möglich ist. Wegen diesem neuen System. Es wäre eigentlich ein guter Test zu gucken, wenn man jetzt den Schwertern Namen gibt. Also mal 1, 2, 3, 4, 5. Wenn quasi in... In einer Woche oder einem Monat plötzlich zwei Schwerter doppelt da sind. Dann wissen wir nämlich ganz sicher, dass man wieder duplizieren kann. Und dann müssen wir uns wieder darum kümmern, dass das quasi gefixt wird. Ich glaube, es ist sogar ein guter Test, um das rauszufinden. Weil am Ende die Schwerter sind natürlich wertvoll. Aber wenn die halt dupliziert werden sollten, dann wissen wir halt, dass es so ist. Und dass wir da noch weiter gucken müssen. Das ist eigentlich ein ganz guter Test. So. Ich zeige euch mal, was ich meine, Freunde. Wenn ich hier mal Skelette spawne. So. Dann kann ich mit diesem Schwert hier... Ah, jetzt ist hier so dunkel. Ich mache mal ein bisschen Licht hin. Zack. Oh, das braucht ein paar mehr natürlich. 100 Stück sind, glaube ich, ganz gut. So. Ich werde die jetzt alle gleich mal ein bisschen umbringen. Und wir gucken mal... Also, wenn ihr jetzt hier seht, was so alles mögliche droppt bei diesen Schwertern. Dann wird da gleich eine Menge, Menge Köpfe und so werden dabei sein. Ich gucke mal, was jetzt hier noch so kommt. Ah, noch nicht so viel. Oh, ich bin natürlich im Game-Mut. Es macht Sinn, dass ich das ohne Game-Mut mache und das abzunutzen. So. Zack, 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 zack. Die werden wir alle eben umbringen. Du sterbst, Skelete, du sterbst. So, was haben wir schon so bekommen? Hier ist zum Beispiel schon ein Kopf. Also, wenn eben Sachen eben hohe Looting-Dinger haben, kriegt man viele Köpfe. Und Köpfe sind halt auch super viel wert. Deswegen habt ihr recht. Wir müssen da gut aufpassen, dass da nichts passiert oder so. Oh, die schießen mich schon ab. Jetzt habe ich zum Beispiel schon acht Köpfe. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wenn das Schwert nicht volle Haltbarkeit hat, dann ist das sogar eigentlich ganz gut. So, aber es hat noch tausend. Boah, es hat so viel noch. Wir müssen das noch irgendwie krasser abnutzen. Hat einer von euch vielleicht irgendwie so eine Monster-Farm oder so? Ich frage mal, wer hat eine Monster-Farm und ist da? Puh. Was geht denn hier ab? Alle schreiben gerade 25k soll ich raushauen. 25.000 einfach so? Wisst ihr was? Heute ist Geburtstag-Stream. Gönnt euch das Geld. Ich habe jetzt nur noch... Ich habe nur noch eine Million. Ich hatte am Anfang... Ich habe jetzt schon 14 Millionen Money rausgehauen. Ich habe schon 14 Millionen Money rausgehauen. Alter, aber weil ihr so eskaliert wollt, mache ich das einfach. Gute zum Geburtstag, kannst du auf City-Build-1 bei ehrwurst-edko meinen Ranz-On. Der Portal-Rahmen oder Command-Blöcken-Ender. Liebe Grüße, wurst-edko kleiner als 3. Hat jemand von euch eine Monster-Farm und ist da? Wenn ja, schreibt es rein, dann komme ich vorbei. So, irgendwas... Der hier hat das ganze schon... Kakashi oder so. Guck mal, hat der eine Farm? Er hat doch gar keine Farm. Hey, du Lügner. Soweit ich weiß, ist du noch mit mir. Hashtag na beste Army of Griefer Games. Danke dir nochmal, Sir Artics. Also... Also ich bin dann gerade eigentlich überzeugt, dass Duplizieren nicht geht. Aber ich kann mal... Was zum Beispiel... Folgendes dazu. Beim Duplizieren ist es so, es gab schon 2 oder 4 Phasen, wo richtig krass dupliziert wurde. Weil es nur einen Bug gab. Da gab es halt mehrere. Ich glaube, dass es aktuell keinen Bug mehr gibt. Aber von diesen alten Bugs sind natürlich noch viele Items da. Hallo Apfel, ich wünsche dir alles Gute und Liebe zu deinem Geburtstag. Richtig, richtig krass von dir. Diese alten Items liegen quasi noch irgendwo in Thronen, in Farmwelten, in Farmwelten, wenn du es hattest. Oder auf Altaccounts, auf irgendwelchen Plots, auf irgendwelchen Citibit, auf Nature zum Beispiel, das ist sehr alt. So was alles. Da liegen halt drum die Sachen. Und deswegen gibt es halt auch noch so große Duperlager und sowas. Aber wir können mal gut das gut testen mit diesen Schwertern. Ob dann diese Sachen halt eben, ob es plötzlich zwei Neuner-Schwerter gibt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, das ist ein guter Test. So. Der wird sich über ein verzaubertes Schwert freuen. Also Merges mache ich später. Ich gehe noch Merges durch, aber ich werde keine Items oder so raushauen. Das ist zu viel. Das machen wir nicht. Aber Merges gucke ich mir später mal an, weil das glaube ich nicht, dass der das so... Ja, als Dankeschön, dass ihr echt so krass reinunertet habt, mache ich das vielleicht. Ich probiere es zumindest bei allen zu machen. Ich muss nur irgendwie dieses Schwertes abnutzen, Leute. Das hat so viel Haltbarkeit noch. Nur leider Kakashi. Oh, ich bin bei dem Supreme mit Kaka gerade. Hallo. Hat denn irgendeiner von euch eine Monster-Farm, Freunde? Und vielleicht, wenn ich hier ganz viel Schweine oder so, Spawner, Pick oder sowas. Vielleicht hier einfach mal ganz viel Picks. Geht das vielleicht, wenn ich die irgendwie... Ich töte die einfach mal die ganze Zeit. Zack, 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 zack. Quantum Gast schon wieder. Ich spiele nur wegen dir Minecraft. Er hat vorher nie Interesse gehabt. Ja, cool. Also wenn Leute wegen mir zum Minecraft kommen, schreiben öfter auch Leute, hey, abgewegen, die habe ich mir jetzt mal ein Spiel gekauft und so, bin auf deinem Server. Aber feiere ich mega, wenn das Leute machen, wirklich. Weil Minecraft ist so ein geiles Spiel. Ich verstehe auch gar nicht, warum jetzt wirklich... Das ärgert mich so ein bisschen. Alle möglichen Minecraft-YouTuber sind einfach zu Fortnite gewechselt. Was ich super, super schade finde, weil es gibt immer noch extrem viele Zuschauer, die einfach Minecraft gucken wollen. Zum Beispiel auf meinem Kanal läuft es ja eigentlich immer noch relativ gut, äh, so gut ist, gucken wirklich viele Leute zu. Ich verstehe halt nicht, warum so viele YouTuber zwingend zu Fortnite gehen, nur weil es da irgendwie mehr Klicks gibt oder so. Das verstehe ich nicht. Also mir hat Fortnite auch super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich starte ein Projekt, den Spawn nachzubauen. Ich brauche einen neunten März, habe aber keine 100 Euro alt. Kasimir, danke dir. So mach Ehrenmann PLSCB. Ich gucke später bei dir auch schon mal, Kasimir. Ich probiere es mal ein, vorbeizugucken. Bitte, 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 merke es dir PLS nicht vergessen, PLS, PLS, PLDN. Guckt, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich nur die viel spenden. Schreibt mal rein. Zockt ihr, oder zockt ihr wirklich nur Fortnite? Und guckt nur Minecraft oder zockt ihr auch Minecraft? Schreibt einfach einen Streamchat. Weil ich habe die Erfahrung, dass die meisten Leute langsam wieder ein bisschen so zurückkommen und auch wieder Bock haben, Minecraft zu spielen. Nur die YouTuber, die spielen halt alle immer noch Fortnite. Das finde ich ein bisschen doof. So. Einer hat geschrieben, wir sollen einfach ein Goldschwert daraus machen. Ich finde aber, ein Goldschwert ist lange nicht so cool wie ein Biaschwert. Deswegen ein bisschen müssen wir noch abnutzen. 1300 haben wir jetzt schon. Das ist doch schon mal ganz nett. Na? Wirst du, willst du die alle tothauen? Ja, dann bin ich ganz kurz weg. Und du, versuch mal die alle zu töten. Den mal auf schönen Stream noch. Denk an meine Bitte von vorhin, bitte. Danke dir sehr, Artix, Mann. So. Ähm. Und für dich auch noch einen schönen Abend, ne? Kannst du einfach probieren, die ganzen Trutzhörern, bis das bei, so ich sag mal, 200, 300 ist. Die, also diese Haltbarkeit da. Ja. Einfach die ganze Zeit die töten, okay? Du kannst ja ein bisschen, Leute, ihr könnt gerne mal Celine was fragen. Ich glaube, die kennt ihr noch gar nicht so gut. Frag sie gerne mal. Hey, Jakob, komm mal auf CD7, würde mich mega freuen. D, wenn du kommst, dann kannst du noch mal 25k spenden. N, D, X, D. Oh nein, es ist un- oh nein, es ist zu- Bitte, geht weg, ich tue euch nur weg. Oh, der Chat ist so schnell. Ähm. Ihr habt gefragt, wie alt ich bin. Ich bin 20. Oh, ich sehe so klein aus, oder? Ich müsste doch hier umsitzen. Oh. Mir geht's ganz gut. Ich hab ein bisschen Husten, um ehrlich zu sein. Und das heute im Sommer. Oh, alle sammeln mein Fleisch ein. Ja, ich, ach, es hat gerade jemand in den Chat geschrieben, Celine, du Mörder. Und ich weiß, aber ich mach das wirklich nur ins Spielen, ich schwör's. Ich würde niemals ein richtiges Tier schlachen. Nein, ich darf die Whitelist nicht ausmachen. Ich krieg so ein- oh. Ich krieg so ein Ärger. Also, merkt euch, Leute. Kommt mir besser nicht zu machen. Oh, nein. Oh, es tut mir so weit. Oh. Oh. Nein, ich geb niemandem Geld. Hm. Das ist ja unfair. Oh, das dauert ja ewig. Hm. Kann ich nicht einfach irgendwas anderes kaputt machen? Das hier zum Beispiel? Nutz das nicht auch ab? Ja, oder? Ja, oder? Oh. An alle, die ich gerade umgebracht habe, aus Versehen. Es tut mir super leid, wirklich. Das hat nicht gut geklappt, Lukas. Ach so? Die sind mir alle in den Weg gerannt und dann habe ich sie aus Versehen getötet. Das ist schwer. Ja. Ja. Ja gut, das ist nicht so, nicht so gut, Selin. Ja. Ich übernehme du wieder. Oh Gott. Hast du einfach die Spiele alle getötet, oder was? Nein, nicht alle, nur in Traum. Selin, würdest du mir ein Schild oder irgendwas auf mein GS machen? Auf CB 7, Quinn XT. Ich will eins von dir, keine von Apfel XT, Sternchen. Oh, er will eins von mir, nicht von dir. Mies. Oh mein Gott. Das Team ist so krank. Gucken, wie viele Leute gerade noch im Stream sind. Einfach noch 5.000 Leute jetzt. Wir sind schon anderthalb Stunden live und es sind durchgehend 5 bis 6.000 Leute hier. Krank. Leute, wisst ihr was? Wollt ihr mal sehen, was Selin mir geschenkt hat? Ich zeige euch das mal. Das ist ein richtig, also ohne Scheiß, das Geschenk feiere ich richtig Selin. Freut mich. Ist dir peinlich, wenn ich es zeige? Nein, ist schon okay. Ich darf es zeigen. Okay, passt auf. Ich habe hier so eine Box, ne? Ich mache die jetzt mal auf. Passt mal auf. Ich öffne das mal. Ich habe einfach von Selin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr könnt es ja mal einfach in den Chat oder so schreiben. Einfach eine TARDIS bekommen. Warte mal, hier ist es, wow. Finde ich richtig cool. Also, falls ihr es nicht wisst, ich gucke ziemlich viel Dr. Who im End. Und der Dr. Who hat ja seinen Raumschuh als TARDIS, wisst ihr. Und hier sind einfach, in der TARDIS quasi, kann man das auch machen, da sind einfach Kekse drin. Voll cool Selin. Also wirklich, das klingt echt geil. Ja, wie du das selber gemacht. Außerdem will ich einen Keks essen. Ich kaufe einen Keks. Außerdem will ich einen Keks essen. So, auch einen Keks? Nee. Nee? Okay. Ich habe gestern ganz viele davon gegessen beim Backen. Hey, ich glaube, ich bin aufgehend. Ich bin aufgehend. Ich bin aufgehend. Ich bin aufgehend. So, ich bin aufgehend. Ich bin aufgehend. Ich bin aufgehend. Ich bin aufgehend. Und könnt ihr das von Throne. Ähm. Sie mit den Schildern, wo man draufklicken kann. Oh, hast du gar nicht abgelockt? Okay, dann mache ich eine neue Speise. Ja. So. Ganz schnell alles betöten. Oh, so geht es eigentlich noch ganz gut voran, glaube ich. Es dürfen nur keine Spieler in die Queere laufen. Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade auch ein paar Spieler zu lieben. Ähm. Also ich versuche mal möglichst wenig Spieler zu treffen, aber wir müssen das irgendwie abnutzen. 1200 ist schon mal ganz gut. Oh, wir kriegen Hunger. So. Bisschen heilen. Ja, Moin. So 30 Euro voll. Den kannst du bitte auf CD4-Wideslist ausmachen. Und ich gucke mal ganz kurz. Das ist ja hier. Da kam gerade auch so Bezeug wieder rein. Krank. Also wirklich alle, die gerade donated haben, finde ich richtig lieb von euch. Dankeschön. Auch im Superchat. Oh, das ist ein neuer Subscriber. Der kommt glaube ich gleich erst bei euch in der Anzeige. Nice. Ich feiere Subscriber. Titan TV. Und es haben noch zwei Leute 11 Euro donated. Martin nochmal. Und nochmal Martin. Krass von dir. Dankeschön. Das ist Titan TV in der Abwehrarmee. Bei den Subscriptions. Ich guck mal nach, wer alles im Moment dabei ist. Wir haben nämlich jetzt gerade. Moment, es lädt. 19 Stück schon. Titan TV, Lucy Mouse, The Augsfelder, Ela, White Axe. Sind die letzten, die gekommen sind. MB Gameplay. Krass, Alter. Krass, krass. Wir müssen jetzt irgendwie dieses Schwert weiter abnutzen. Oh, den hab ich auch umgehauen. Also bitte Leute, kommt hier nicht hin, wenn es zu viel sagt. Oh, aber man kriegt hier nicht von nicht tot. Ja, die wollen alle das Fleisch haben, weißt du? Meinst du, dass sie nicht einfach nur im Weg stehen wollen? Ja, bei mir im schwieriger Zeit ist das Fleisch. Okay, ja dann. Mit euch das Fleisch. So. Oh, ich hoffe, ich töte jetzt nicht zu viel, Leute. Aber wir müssen dieses Schwert halt irgendwie runterkriegen, damit wir es raushauen können. Ja, Moin. Hautocookiesombie hat 200 Euro rausgehauen. Der hat vorhin schon mal richtig viel rausgehauen. Fettes, fettes Dankeschön. Leute, schreibt rein. Abgekommen auf CD. Wir achten wenigstens ein Pay an alle. Sonst muss ich hier noch eine Weile weiter donaten. Sonst gibt es eine Rebellion. Einfach nur dich gegrüßt. Oh mein Gott. Schreibt Hashtag Ehrenmann rein. Sorry. Krasser Typ. Krasser Typ, alter. Sie hat doch auch was geschrieben. Komm auf CB8 und Pay an alle. Ja, komm, wisst ihr was? Das können wir mal kurz machen. CB8 hat, also die Leute, die das geschrieben haben, ihr habt einfach recht. CB8 wird wirklich immer ein bisschen vernachlässigt. Ich gehe jetzt mal auf CB8 und werde wirklich mal hier allen Leuten ein bisschen was geben. Die auf CB8 quasi Stammspieler. Das sind jetzt quasi nur die 80 Stammspieler, die es gibt. Ich muss nur kurz noch ein bisschen Geld wieder geben, weil ich habe schon 14 Millionen heute rausgehauen in dem Stream. Ich nehme mal ein bisschen was Neues. Das habe ich wieder. 10 Millionen habe ich jetzt wieder. Und dann machen wir mal Pay, Sternchen. 15.000 hier an alle auf dem City-Bild. Viel Spaß damit, Leute. Ich gehe jetzt aber zurück auf CB1. Wir müssen nämlich weiter unser Drop-Event da machen. Das habe ich vorhin auch versprochen. Und ich will nicht hier dieses Film beenden, bevor ich nicht das, was ich quasi verspreche, eingelöst habe, Leute. Weil ihr einfach so krass am Start seid. Da kam, glaube ich, wieder ein Subscriber gerade rein. Nice! Feier ich richtig. Brucki ist dabei. Und Memphis. Memphis2609. Ja, herzlich willkommen in der Hashtag AbgaArmy und beim Subscriben. Richtig cool von euch. Einer schreibt Küssen rein. Na, iiii. Iiii. Machst du das so ekel? Nein, nein. So, ich probiere nochmal ein bisschen das runter zu kriegen. So, irgendwie müssen wir das noch ein bisschen runter kriegen. Kieselstein. Du bist echt mein Lieblings-Youtube. Oder einer meiner Lieblings-Youtuber schreibt da. Alles Gute zum zwölften Geburtstag. Ich glaube, Flo hat auch gesagt, dass ich zwölf werde. Ja, wenn man eine Zahl umdreht, bin ich quasi zwölf. Das stimmt. Puh. Also ich sag mal, 200 schaffen wir vielleicht nicht, wenn wir es unter 800 kriegen. Ist doch schon ganz gut, oder? Ja. Dann ist es zumindest nicht ewig benutzbar. So, was schreiben die Leute noch so im Chat? Oh, jetzt hab ich wieder einen umgehauen. Sorry, sorry. So, jetzt kriegen wir nur... Hat jemand eine Idee noch, wie man das ein bisschen schneller abnutzen kann, Freunde? So ein Diaschwert hält nämlich wirklich super lange. Das ist echt mehr normal. Kurt K., danke für 2 Euro. Mach die Whitelist an. Ich kann nochmal kurz die Whitelist ausmachen. Es sind ja nur noch 180 Leute hier. Machen wir kurz Whitelist off. Also, ne? Kommt ruhig alle drauf, wenn ihr Bock habt. Ich lass sie aber nur kurz aus. Und dann seid ihr euch auch dabei beim Event. Also, bitte, wenn ihr jetzt drauf seid, verlasst auf gar keinen Fall den Server. Ich werde auf jeden Fall auf CW1 das Event machen. Wo ich diese 21 Schwerter raushaue. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie die Haltbarkeit runterkriege. Das fehlt da noch. Hey, ihr habt geknudelt mal die Zusammen-Einschaltungszeichen. Ein Schaltungszeichen. Ein Schaltungszeichen. Seid super zusammen. Bist echt ein cooler Mensch. Ich bin ein cooler Mensch. Ich habe alle. V.i.us gesehen. Mag ich wirklich sehr Grüße aus der Schweiz. Ich danke dir. 40 weitere Euro. Krass. Also nochmal fettes, fettes Dankeschön an jeden, der hier zuguckt. An jeden, der was donated. An vor allem auch die Leute, die Subscriber sind. An die, die so richtig krank pro Donations rausgehauen haben. Ich muss dann nachher mal gucken, wie ich das mache. Puh. Und auch vor allem an jedem, der hier an den Events auf dem Server teilnimmt. Ist einfach eine mega, mega krasse Zeit gerade. Herzlichen Glückwunsch. Asmodus, danke dir. Kannst du bitte die GS von mir und meinem Bruder zusammen merken? CB4 Asmodis. 12 und Marco unterstrich Polo 16er PS. Kannst du die Whitelist auf CB4 ausstellen? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ich danke dir, Mann. 20 Euro als Geburtstagsgeschenk und ich habe den Unterstützung er drin gelassen. Geburtsdagsgeschenk, sagt Helma. Du heißt es gar nicht, ne? Es ist immer so eine Stimme, die es vorliest. Und man nicht immer sagt, statt Geburtstag heißt du Geburtstag oder so ganz komische Sachen. Aber ich danke dir auch, Snagg, Alfie. Richtig fett. Dankeschön. So. Komm schon. Ich bin im Game-Mode. Wirklich jetzt. Ich bin im Game-Mode. Warum hat mir das niemand früher gesagt? Das war's nicht. Oh mein Gott. Okay, gut. Ich schäme mich jetzt ein bisschen, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich versuche mal neue Schweine zu spawnen. Das mit dem Game-Mode war gerade so hohl. Wirklich. Alter, war das hohl. Wieso kann ich hier nicht spawnen? Hä? Wieso kommen keine Schweine? So, es kommt Schweine. Oh, Schweinschwieger. Herzlich willkommen in der Herbke Army. Danke für deine Subscription. So, jetzt kann ich wieder was spawnen. Okay, super. Dann machen wir jetzt direkt weiter. Wir kriegen das jetzt noch ein bisschen runter. Ich mache nochmal hier 100 Stück davon. Oh, da hat einer einen Befehl reingeschrieben. Damit kann ich mir wahrscheinlich ein Schwert geben. Guckt mal, der Befehl hier. Was ist denn das? Da gebe ich mir ein Schwert und zwar mein Schwert. Okay, ich mache das mal. Nein! Was war das? Was habe ich denn hier? Nein, ich... Oh nein. Es liegt hier. Ich habe es glaube ich. Ja. Okay. Okay. Ungegrieved. 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 Wenn du der echte Ungegrieved bist, du kriegst gar nichts. Wenn du der echte Ungegrieved bist, dann schäm dich. Weil ich weiß, wie viel Scheiße du dich auf dem Zauber machst. Ich danke dir für die 5 Euro, aber du sollst dich trotzdem schämen, mein Freund. Was? Mach weiter so. Alles Gute. Das ist ein mieser Typ, weißt du? Ach, der macht so... Der klaut mir nicht mehr, glaube ich, Kinder so Geld und sowas halt, weißt du? Ein bisschen. Michi! Herzlichen Glückwunsch zum 12. Geburtstag. Ja, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Ähm... Mr. Fun hat subscribt. Dankeschön. Und anonym hat auch was rausgehauen. Meine Videos versüßen mir regelmäßig meinen Tag. Ja, nice. Das freut mich. Genau dafür ist es da. Damit ihr euch einfach ein bisschen entspannen könnt. Ein bisschen, ne? Entertainen lassen könnt. So, ähm... Ich hab dieses Schwert hier. Das ist eigentlich ganz gut. Der hat hier ein Schwert gemacht mit Schärfe 5 und Verbrennung und sowas. Und... Plünderung 100. Aber da ist halt quasi direkt die Haltbarkeit mit drin, weißt du? Ja. Eigentlich ganz cool. SRY fast vergessen. CB8 verdient mehr Aufmerksamkeit. Und ein Drop Event von der ist der netteste CB. Wir sind irgendwie nicht schwach. Der ist vorne. DS, meine Freundin verdient was Schönes. Jetzt war ich nicht mal dabei, als du was gemacht hast. D. Danke aber. Nein, sind wir schwach. Okay. Ja, so ist doch super. Ja... Muxil hat... Der hat auch schon mal von 100 Euro. Muxil, du bist ein absoluter Ehre, Mann. Danke dir, Mann, für die 100 Euro Donation nochmal. Absolut krank. Fettes, fettes Dankeschön. Puh. Krass. So. Ich werde das noch... Ich glaub, die Schweine töd ich noch, dann muss es reichen. Weiter kann ich's einfach nicht abnutzen, Freunde. Ach, Quantum Gas wieder. Einmal umarmen, bitte. Du Arsch. Danke dir. So, die mussten wir ja jetzt noch ab. Toc, 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 toc. Kommen so viele Leute laufen im Weg. So, die müssen wir ja jetzt noch ab. Toc, 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 toc. Hey, ja, für alles Gute zum Geburtstag. Kannst du vielleicht vier Grundstücke auf CB1 merken und den Rand. Happy Birthday abgekannst du bitte was von GS stellen. Ich stell keine Eindrucks aus GS. Also, ich werde später vielleicht... Oh, ist das fertig? Nice. Funktioniert. K. gescamt wurde. Heiße Fleck. Was mach ich mal so? Also, ganz kurz. Wow. GmbH AG, danke dir, Mann. Herzlich Willkommen in der Abga Army. Ähm. Tutututututum. Was wollte ich sagen? Ähm. Also, folgendes. Ich werde später wirklich noch alle Donations durchgehen. Auch im Superchat und sowas. Und werde gucken, wer Merch wollte und einfach krank hasst, rein Donater und sowas. Ich guck mir das an. Aber ich werde euch nicht jetzt irgendwie Items oder sowas geben. Das, das mach ich nicht. Das ist, das finde ich wieder ein bisschen blöd dann. Aber als nächstes jetzt wirklich Leute, werden wir erstmal diese Klinge raushauen. Ich mach dazu jetzt mal die Whitelist wieder kurz aus. Kommt also ruhig drauf. Wir müssen jetzt diese Klinge 21 mal quasi duplizieren zu liegen. Das ist ja die Burst Klinge, die wir duplizieren müssen. Wir müssen dir nur noch kurz einen Namen geben, den ganzen Klingen. Das auf jeden Fall noch. Das kann ich vielleicht hier oben eben machen. So. Ampers und dann... Das Klinge... Hashtag eins funktioniert das? Nein! Nein! Ich hab die Klinge kaputt gemacht! Okay. Die ist ein bisschen kaputt. Ähm... Ja, ja, gut. Mach das richtig eins wieder recht lang. Das ist hier. Ne, guck mal das ist kaputt. Die voll kaputte Klinge. Voll mies. Voll mies. Okay, ähm, da müssen wir sie, müssen wir sie neu benennen, Selin. Obwohl, wir haben noch, äh, mach ich das denn jetzt? Danke, dass du auf CB8 was rausgehauen hast. Ja, gerne. Danke, dir 14 Euro auch. Dabei aber passt trotzdem. Meine letzte Donation hatte etwas gebraucht. Happy Birthday abgegriffed, hoffe du hattest bis jetzt einen schönen Tag. Die Grüße gehen raus an CB2. Er hat 50 Euro rauszunatet. Ice Wheel Loop Platz. Ja, ich hoffe, du hast auch einen schönen Tag. Danke für 50 Euro. Grüße gehen an CB2. Ich grüße auch den Citable 2. Krass. Krass, das ist so krass, dieses Stream. Leute, wirklich, der Stream ist so krass. Gut, ich versuche erstmal weiter diese Börsklinge eben, ich will diese Klinge noch aushauen, Freunde. Die habt ihr euch verdient. So. Und dann nennen wir die Börsklinge hieß das, was wir hatten. Ja. Wenn ihr das ganze Börsklinge, so, sieht gut aus, oder? Sieht nach einer richtigen Börsklinge aus. Und dann machen wir es folgendermaßen, dann machen wir Hashtag 1, das ist dann quasi die erste. Und davon machen wir jetzt 21 Blinge. Die werden wir raushauen. Ich muss, ich mache aber jetzt die Weiters wieder an, weil es sind zu viele Leute online. Hauke. Danke, Hauke. Man merken. Dann machen wir noch Hashtag 2. Und dann mache ich jetzt einfach die ganze Zeit weiter. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Davon brauchen wir jetzt 21 Stück, damit wir das Ganze raushauen können. Zack, ist die dritte. Ja, Leute, so sieht das gut aus. Ich freue mich schon drauf, die klingen. Ich glaube, die werden ein ganz cooles Eventgeschenk. Habt ihr eigentlich Bock drauf, dass wir öfter mal wirklich so Events machen, wo wir so neue Items kreieren oder sowas? Weil ich muss sagen, mir macht dieser Stream sogar echt viel Spaß. Vor allem halt diese Items so rauszuhauen. Auch die ganzen Dropsachen. Das Einzige, was mich wirklich, wirklich ein bisschen stört immer ist, dass auf den Server leider nur ungefähr 400 Leute kommen. Wir haben es ja schon optimiert. Vor einiger Zeit ist es ja schon bei, ich glaube gerade mal 300 abgestimmt. Jetzt ist es bei 400 immer, also man kann halt drauf, aber es leckt halt mega, ne? Was ich richtig geil finde, wäre, wenn es möglich wäre, mit euch allen, wirklich allen Leuten im Streamen, wir gucken gerade noch zu, 4500 Leute. Wenn einfach alle 4500 Leute drauf könnten und es würde nicht lecken. Das wäre echt absolut geil. Leider geht das wegen Minecraft halt nicht. Also das ist halt, bei Minecraft-Servern ist es leider sehr schwierig, sowas umzusetzen. Aber wenn ihr irgendeine Idee habt, wie wir vielleicht so ein Event-Server oder so besser umsetzen könnten, Leute, ne? Bitte schreibt es mir ruhig rein. So, dann kommt jetzt die 13. Achsel, da steht jemand am Fenster. Oh, boah. Digga, hast du mich gerade erschreckt. Digga, Wi-Fi. Ich dachte halt wirklich, hinter mir ist das Fenster auf und da steht einer. Hast du bitte auf CB1? Bitte, 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 meine Grundstätte mehr. 50 Euro, Mann. Ich werde später auch bei dir noch vorbeikommen mit dem Merch. Fett. Schreibt rein, Hashtag Ehrenmannsorox. Und danke schon mal im Voraus. 50 Euro. Ja, moin. Dankeschön. Du bist auch eine coole Sau. Du bist auch eine richtig coole Sau, Digga. Sick. So, 14 haben wir jetzt schon. Wir brauchen nur 21 Stück, dass es noch 7 Klingen kommen. 15 Stück und 16 Stück, 17 Stück und 8 Stück und 19 Stück. Noch 2, 20. Warte kurz. Ich kann noch nicht joinen wegen Sperre. Kannst du bitte mein dritten und vier Punkt ES werden auf CB? Brucki, fettes Dankeschön für deine Donation, aber es ist einfach nur ein bisschen Glücksspiel. Wer genau am Ende drankommt, ist ein bisschen Glücksspiel. Ich kann nichts machen. Ich habe es ja gerade gesagt. Es können nur 300 Leute auf den Server. Und wer es schafft, ist einfach ein bisschen Glück. Obwohl ich glaube, die Leute mit dran haben natürlich ein bisschen Vorteile. Ja gut, da habt ihr auch recht. Ich weine fast, weil du gesagt hast, dass nur die das Merge bekommen, die richtig rein donatet haben. I. Ich habe so Angst, dass ich meinen neunten Merge nicht bekomme. Ich für wichtiges GS-Papa rastet ausweilen mein. Geldweg ist bitte, bau den Sponsor B7, mach neues. Okay, ich habe die 21. Cashmere. So mehr habe ich jetzt wirklich mit mir. Ich gucke es euch später an. Ich gucke mir später alle Donations auch an. Und werde mal gucken, dass ich noch bei euch allen mal eben reinschaue, was ihr geschrieben habt und so. Ich gucke mir das natürlich an. Eriboss hat 3 Euro donatet. Ja klar, ist sicherlich der echte. Wir werden jetzt erstmal die Burstkling raushauen. Die sind jetzt endlich fertig. Und ich würde sagen, kurz nochmal die Whitelust nur ausmachen. Also wenn ihr Bock habt, kommt ruhig auf den Sponsor. Ich höre dir jedoch Kritik, dass du anscheinend einige CB es nie besuchst und vernachlässigst. Danke dir. Skills Army schreibt gerade was, okay. So, ich werde jetzt, warte kurz aus, man kommt drauf. Wenn ihr die Chance habt, dann kommt durch. 370 Leute sind online. Ich versuche mal jetzt sogar mehr als 400 draufzulassen. Ich weiß aber nicht, ob der Server nicht vielleicht einfach crasht, Leute. Und dann werde ich gleich die ganzen Schwerte einfach zum Sporn droppen. Ich werde sie einfach droppen, ich werde sie auch ein bisschen verstecken. Vielleicht findet ihr sie beim Rumlaufen, sowas mache ich gleich. Also wenn ihr drauf seid, lauft direkt rum, wenn ihr entseht, stellt euch drauf und versucht es einzusammeln. Habt ein leeres Inventar. Ganz wichtig. Vielleicht könnt ihr ja so ein Schwert abstauben. Einfach Julian. Kannst du jedem Spieler einen wechseln? Ich könnte jedem Spieler noch Items geben gleich, das geht theoretisch. Hey, ihr habt die Ite Merge, mein GS auf CB1. Danke dir. Wäre mega nett. 418 Leute schon. Wir probieren mal, Leute. Also wir probieren mal auf CB1 450, okay? 450. Kommt drauf. Versucht irgendwie durchzukommen, wenn hier 450 Leute sind. Startlich im jeden Fall direkt. MB Gameplay 15 Euro, Alter. Ja, letzte Information. Du hast so viel rausgehauen. Ich bin dir echt dankbar, Mann. Du bist ja auch schon jetzt nicht mal dabei. Ich bin Griefer. Bin nur noch nicht bereit zum Geunen wegen der Sperre. Fertes Dankeschön, Mann. CB3, mein 3 Punkt und 4. Mergen. Ja, also wir zudeln ins Kino. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Brucki, ich bin Griefer. Achso, du bist noch nicht wegen der Sperre bereit. Ja, du, ich kann jetzt gerade nichts machen, weil ich kann jetzt nicht warten, bis alle ihre Sperre quasi verlieren. Ich muss das ja irgendwann starten. Wir versuchen jetzt schon so lange, die schwerer zu machen. 447, noch drei Leute und ich starte das Ding. Aber vielleicht bist du bei der Droprunde danach ja wieder entsperrt und kannst dann dabei sein. Plex. Moin Plex. Merge mein GS auch. Leute, ich, ganz kurz dazu. Bitte donatet kein Geld, wenn ihr unbedingt was gemerged wollt. Donatet bitte nur, wenn ihr Bock habt, einfach zu unterstützen oder so. Ihr müsst auch nicht donaten. Also wenn ihr zuguckt, das bedeutet mir auch ziemlich viel. Eigentlich sogar am meisten dieser 6.000 Zuschauer oder 5.000 Zuschauer jetzt gerade finde ich voll krass. Alles Gute zum Geburtstag. Deswegen donatet bitte nicht, um was zu kriegen. Und ja, findet das nachher blöd, wenn das vielleicht nicht so ist. Aber ich werde nach dem Stream alles ein bisschen nochmal durchlesen. was ihr geschrieben habt, um zu gucken, was da so rauskam. Und guck mal, ob der eine oder andere noch was bekommt. Also gerade die Leute, die richtig was krasses rausgekommen haben. Ich glaube, dem bin ich das einfach, ja, entschuldige das einfach. So, weit ist wieder an. Wir sind bei 468 Spielern. Gut, 468 Spieler. Entweder stützt es ab oder es geht. Dann startet das Event. Krass. Alles Gute zu deinem 21. Geburtstag, Kass. Ich danke dir. Sehr schön mit deinen Freunden und ganz besonders mit dir. Einer Freundin, Celine. Ich würde mich mega freuen, wenn du auf CB1 1.G es die ersten paar Blöcke vom Rand entfernst und eine Schild hinflägt von dir. Sound mutiert. Ah, warte. Was? Was ist das denn jetzt? Da sind jetzt 570 Leute online hier. Das ist ja fast das Doppelte von dem Sonstigen. Also, dass ich mal mit dem Server 537 Leute habe, das habe ich auch noch nie. Gut, entweder der Server stützt es ab oder wir starten das Ganze. Aber das ist wirklich, wirklich krass. 518. Also, entweder der Server schafft es oder er schützt es ab. Er schafft es. Der Server schafft es. Der Citypit 1 schafft 512 Leute. Ich meine, das leckt natürlich mega. Ich weiß. Das leckt des Grauens. Ist mir klar. Aber wir haben eine 5er TPS und es können 512 Leute online sein. Gut, wisst ihr was? Alter, ihr sprengt heute alles. Ihr sprengt heute alles, Freunde. Es gab eine 1.000 Euro Donation. Wir hatten 6.000 Zuschauer ewig lange. Wir haben jetzt noch 4.000 Zuschauer, obwohl wir schon 9 Uhr haben. Digga, ihr schreibt so viel im Chat. Ihr donatet des Grauens viel. Es sind so viele Donations heute gekommen. Auf dem Server sind 500 Leute online. Gleichzeitig. Wir hauen diese 21 Werte jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Alter, wenn ihr noch krasse Ideen habt, was wir gerade machen können, Leute. Schreibt es einfach. Ich werde dir jetzt hier am Sponsor ein bisschen verteilen. Alter, wirklich. Also ich dropp sie schon, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, aber es leckt halt so, dass sie quasi nicht entfernt werden gerade. So, jetzt werden sie langsam entfernt. Alter Schwede. Herzlichen Glückwunsch. Wünsche dir echt alles Gute. Ich bin euch allen wirklich dankbar für diesen geilen Tag heute. Wirklich krass. Baue sie auch. Habe ich gerade eins vernichtet oder gedroppt? Habe ich es gerade gedroppt da unten, oder? Zehn, elf, achtzehn. Die 19er Klinge fehlt. Hat jemand die 19er Klinge gesehen? Herr Christ, danke. Wo ist die 19er Klinge? Haben wir die gerade gedroppt oder vernichtet? Ich habe es nicht gesehen. Also wenn eine 19er Klinge hat? Die ist auf jeden Fall auch immer super wertvoll. So, ich droppe die jetzt weiter. Es waren gerade 500 Leute auf dem Server. Ich habe es gehört. Das ist ein Chlor, wie du gerufen hast. Ja, sowas finde ich auch wirklich krank. Wirklich. Absolut krass. Zorax, du bist auch der Beste. New Game. Ich finde, schade, ich habe dich noch nie in Minecraft gesehen. Ja, ich bin... Das Problem ist, es gibt sehr viele Citybits. Ich bin meistens auf Citybit 1 unterwegs. Aber ich probiere auch jetzt... Ich sage das öfter mal. Ich probiere auch auf anderen CBs zu sein. Ich bin zum Beispiel fast nie auf Skyblock, weil Skyblock hat einfach sehr wenig Spieler. Also ich bin meistens natürlich da, wo die meisten Spieler sind. Aber ich probiere mal öfter nicht auf CD1-CB3-4-8. Faceless Unicorn. Danke für 25 Euro schon wieder. Krass. Krass von dir, Mann. Ich danke dir. Fett. So, ich habe die ganzen Schwerter rausgehauen. 380 sind noch online. Ich mache nochmal... Komm, wisst ihr was? Wir hauen nochmal ein bisschen Geld raus. Ich habe ja noch 8,4 Millionen. Pay mir nochmal. Komm. Was soll's, Leute? Was soll's? Wie viel Geld hat mich das gekostet? 8 Millionen... Es hat mich gerade 4 Millionen gekostet, Celine. Ich glaube, damit haben wir jetzt fast 20 Millionen rausgehauen. Alter. Ja, viel Spaß mit dem Geld. Bei so einem Stream muss das sein, Freunde. Bei so einem Stream muss das sein. Ist das krass, ey. Ist das krass. Manche schreiben, manchmal kommt das Geld nicht an. Es kann sein, weil es so leck, dass es bei manchen nicht richtig ankommt. Ist ein bisschen Glücksspiel, ich weiß. Was habt ihr noch für Ideen? Haut's raus, Freunde. Ich glaube, den Spawn, den können wir erstmal wieder reparieren, würde ich sagen. Den können wir wieder reparieren. Ich füge den mal wieder ein. Zack. Dann fügen wir den Spawn wieder ein. Und... Ich glaube, er lädt. Das hat einfach 2 Sekunden gedauert. Krass. Weil der Server so am Längen ist. So. Gehst du wieder raus? Du bist krank, ne? Spike, danke, Mann. Spike, danke, Mann. So, aus dem Banish-Gen, echt? Oh, mein Gott. Okay, Zwieback. Kleiner als 3. Kleiner als 3. So, was habt ihr noch für Ideen, Freunde? Haut's raus. Whitelist-Off soll ich denn mal machen? Leute, es sind noch 380 Menschen online. Das ist viel zu viel. Das ist doch alles am Arsch. Oh, Mann. Alles Gute schreiben auch richtig viele. Ey, danke für die ganzen Glückwünsche. Ich finde den Stream so fett, wirklich. Herzliches Dankeschön an alle. 24, ähm... Subscriber haben wir jetzt schon. Krass. Krass, krass. Ich bin nochmal mit 10 Euro am Schreiben. D, okay. Das mit den Items ist zu viel. Aber ich würde mich... Danke dir nicht für mich. 10 Euro. Ich gucke mir das später mit dem Schild auch nochmal an. 1 von Selin C. Kautes Kampfreise. Es hat 1 Rater. Zwieback. Kauf dir 1 von den Spielen. So. Der wird auch ein Schwert haben. Ich glaube, diese Schwerthalle wollen gerade alle haben, weil die sind bestimmt super wertvoll. Komm doch nochmal auf CB8. Die jungs und Mädels sind echt arm dran. Auf CB8 sind die so arm dran. Warum denn? Also ich weiß, dass auf CB8 meistens auch nicht so viele Leute spielen. Die sind da. 64 Stück. Hm. Soll ich hier mal irgendwas noch raushauen? Vielleicht so ein Item oder so? Wir könnten mal... Hm. Wir könnten mal allen Leuten auf CB8 nochmal... Was ist denn nett? Ein Biegen. Habt ihr Ideen, Leute? Schreibt es mal rein. Gerd schreibt einfach, du bist scheiße. Danke dir, Gerd. Ich hab dich auch gern. Geben einen Spawner. Wirklich? Wirklich? Wisst ihr was? Warum nicht? Hier da ein Spawner hier. Hat das geklappt? Hat das geklappt? Es laggt. White list on. Hat das geklappt, Leute, oder nicht? Ich probier mal, ob's geht. Ich probier mal, ob's geht. Okay. So. Wir können auch mal auf einen anderen CB gehen. So, was gibt's denn noch so für CBs? Was ist mit deiner Stimme? Ja, Leute, es tut mir leid. Das Problem mit Celine ist ein bisschen krank. Und ich durch das ganze Reden jetzt, und weil ich auch ein bisschen, ja, ganz ein bisschen krank bin, leider an meinem Geburtstag, ist meine Stimme gerade so ein bisschen heiser, wisst ihr? Aber, ich mein, das liegt doch daran, dass der Stream einfach so viel, da gibt's so viel zu erzählen und so viel krasse Sachen. Deswegen, ja, ist das einfach so. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn es zuhören. Ich geh mal auf diesen blauen CB hier. Ich glaube, das ist CB5. Was machen die denn gerade so hier? Gameboot 1. Comment-Blöcke nicht. Ich will euch keine Comment-Blöcke verteilen. Das machen wir nicht. Aber andere Sachen könnt ihr gerne vorschlagen. Deine Community ist einfach unglaublich. Ja, die sind wirklich unglaublich. Man muss auch ehrlich sagen, ich hab sowas auch noch nicht erlebt. Also so eine krasse Unterstützung bei einem deutschen Stream mit Minecraft hab ich noch nicht erlebt. Wir können's da mal reinschreiben. Ich bin absolut, wirklich krank. Wirklich, wirklich krank. So. Was könnten wir hier mal raus holen? Dann bitte jeden auf CB1 auch Spawner geben. Kölle. Auf CB1 auch Spawner. CB1 hat gerade richtig viel Geld bekommen und noch die Schwerter. Das machen wir nicht. Aber wir können mal, ich würde sagen, auf allen CB, ich mach mal ein bisschen Geld-Trops, okay? Das ist vielleicht ganz gut. Ich mach mal einfach ein paar kleine Geld. Ich muss mir erst ein bisschen Geld noch nehmen. Ich hab nämlich nur noch 4 Millionen. Ich muss mir ein bisschen mehr Geld geben, Leute. Wenn ganz das Geld geht weg, verdammt. Dann geb ich mir mal so viel Geld. Ist das genug? 20 Millionen? Ist das 20 Millionen? Ne, ist das 2 Millionen, ne? Warte, ich erzähl mal nach. 3, 1, 2, 3, 20 Millionen jetzt. Dann mach ich mal ein bisschen, ich mach Geld-Trops. Ich mach jetzt auf einen City-Bilds einen Geld-Trop. Außer auf CB1 da haben wir gerade einen fettigen Geld-Trop gehabt und auf CB8 auch. Obwohl, ne, ja, CB1 und 8 nicht. Ich mach mal auf einen anderen CBs machen wir jetzt einen Geld-Trop. Also wenn ihr da seid, geht auf irgendeinen City-Bild einfach drauf und dann mach ich hier einfach mal, ich würde sagen, komm, alle kriegen jetzt hier auf den CBs mindestens 5K und dann gehen wir jetzt durch und dann kriegt erstmal noch jeder hier was ab. Jeder, der auf dem Server ist irgendwo, ne? Kann sich was nehmen. Kriegt was davon ab. Oh, CB4 ist leider gerade eine Whitelist an. Die kann ich natürlich auch mal wieder ausmachen. Zack, CB4. Zack, dann CB5 kriegt natürlich auch noch was. Viel Spaß damit. CB6 kriegt was. CB7 kriegt was. So, CB8 kriegt was. Und wir werden natürlich auch nicht CB Nature, also Nature ist ja im Prinzip auch wie ein City-Bild, werden wir nicht vergessen. Wir haben insgesamt schon 10 City-Bilds, aber die kriegen auch was und Xtreme wird natürlich auch was bekommen, Freunde. So, Xtreme. Kriegt auch noch mal Geld. Alter, dass ich mal so viel Geld rausgekommen habe. Das ist echt. Das waren jetzt wieder 5 Millionen. Ich hoffe, ich hoffe, jeder, der jetzt auf dem Server ist, hat auch mal irgendwas abstauben können. So. Okay. Puh. Habt ihr noch eine krasse Idee? Schreibt es bitte rein, Freunde. Wenn ihr noch eine krasse Idee habt. Einfach in den Chat hier. Einfach rein schreiben. Ich probiere wirklich mitzulesen. Lucky Blöcke. Genau. Machen wir das noch so. Lucky Blöcke können wir nur auf CB1 machen, leider. Also, es ist wirklich schon eine Möglichkeit, CB1 Lucky Blöcke sich zu geben. Ich werde mir mal einen Lucky Block hier nehmen. So. Und wir werden noch mal ein paar davon raushauen. Wisst ihr was? Wir machen es folgendermaßen. White List off. CB1 machen wir noch. Wir machen noch mal eine zweite Runde. Ihr dürft gleich noch mal den Spawn grieven zum Abschluss. So. Hier kommen jetzt einfach mal überall Lucky Blöcke hin. Können die Spieler, die ich schon öffne? Warte mal. Kann er das schon öffnen? Klickt mal das an, ja. Ah, es geht schon, okay. Ah, okay, okay, okay. Wie geht das denn dann? Dann mache ich es, glaube ich, anders. Dann mache ich es anders, Freunde. Der hier ist auch schon geöffnet worden, oder? Ah, nee, jetzt. Oh, da kommen abgehüpfte Depick-Zombies. Dann mache ich es anders. Dann mache ich mal Speed 10. Wir gehen mal zu einem GS weiter weg, Freunde. Dann werde ich euch gleich alle anfragen, um jetzt auf die Frage zu kommen. Steph Angel, 666, danke dir, Mann. Okay. So. Machen wir es hier. Ich werde hier, Leute, richtig viele Lucky Blöcke machen. Wenn ich gleich eine TPO schicke, kommt alle vorbei. Und öffnet die Lucky Blöcke. Ich mache hier wirklich das ganze GS voll. Vielleicht sogar einfach die ganze Umgebung. Hier ist ja nicht so viel. Ihr könnt quasi nichts kaputt gehen. Und ja, wenn ihr gleich kommt, dürft ihr die Lucky Blöcke öffnen. Denkt aber daran, nehmt besser eine gute Rüstung mit. Oder einfach gar nichts. Das werdet ihr vielleicht sterben. Das startet der FCW 1 noch. Ich würde sagen, Freunde, für heute ist das das Abschluss-Event. Es war ein wirklich kranker, kranker, kranker Geburtstagsspiel. Kannst du allen Spielern Dirt geben? Michi. Allen Spielern Dirt geben. Weißt du was, Michi? Die Idee finde ich gut. So. Et, äh. Ich gebe denen mal richtig viel Dirt einfach so. Zack. Viel Spaß mit dem Dirt, Leute. Gönnt euch richtig hier. Oh, Mann. So. Ich lasse noch ein paar mehr Blöcke. Es war wirklich ein absolut geiler Stream. Ich bin jedem dankbar, der heute einfach nur zugeguckt hat. Alle, die was donated haben. Die krassen Donations waren mega sick von euch. Wirklich. Absolut krass, wie viel da zusammenkamen und sowas. Alle, die gerade auf dem Server sind. Alle, die das Ränge kaufen. Alle, die was schreiben. Alle, die hier mitmachen bei solchen Events. Fettes, fettes Dankeschön. Das war ein sehr schöner Geburtstagsspiel. Hat mir echt mega Spaß gemacht. Ja. Meine Stimme ist leider jetzt voll am, äh, ja, wie soll man sagen. Es wird, vielleicht hört ihr es, aber ich werde langsam heiser und so. Ähm, ja. Krass. Wirklich krasser Stream. Ich denke, so ist doch schon mal ganz gut, oder? Vielleicht noch ein paar mehr. Ein paar mache ich noch dazu. Zack, zack, zack. Bin gespannt, was da gleich alles noch ist. Was so rauskommt. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Bin noch ein paar. Zum Schluss nochmal alle 25k. Wirklich. Ich ziehe Whitelast an. Ich mache es nochmal aus. Ich breite es auf. Zum Schluss nochmal alle 25k. Okay, wisst ihr was? Machen wir. Machen wir. Zum Schluss machen wir auf CBA1 nochmal 25k. Drop Event. Und ich hoffe, ich konnte auch einigen von euch eine Freude machen. Ihr habt mir irgendwann eine Riesenfreude heute mit diesem Stream gemacht. Also der war wirklich super, super geil. Wir werden hier so viele Lucky Blöcke machen. Wir werden so viele Lucky Blöcke setzen. Ich hoffe wirklich, dass irgendeiner, der diesen Stream hier vielleicht aufgenommen hat oder so was, oder wenn ich dann später auf nicht gelistet oder so setze, dass irgendeiner den vielleicht runterlädt und daraus ein Best-Up macht. Vielleicht mache ich dann, lade ich das einfach hoch oder sowas. Und verlinke euch natürlich. Das würde mich mega freuen, weil der Stream einfach so geil war. Ich denke, jetzt haben wir gleich genug, oder? Ja. So, hier vielleicht noch ein paar. Bester Stream, Bro. Ja, dieser Stream, ich glaube, das war der beste Stream, den ich bisher jemals hatte, Freunde. Also der hat mir auch wirklich am meisten Spaß dazu gemacht. Das war einfach ein krasser Stream. Also nochmal Danke an euch für diesen schönen Stream. Jetzt würde ich... Oh, ich habe ausfällig einen Block geöffnet. Jetzt würde ich sagen, starten wir das Event. Ich werde euch mitten rein teleportieren. Können wir nochmal ein Foto machen hier. Geht das? So, funktioniert das? Ja. Ich werde euch jetzt mitten rein teleportieren, Freunde. TPA all. Gönnt euch das. Baut ruhig jetzt einfach alles ab, alle, die jetzt hier sind. Viel Spaß damit. Ich mache jetzt nochmal Pay, Sternchen, 25.000. Bups. Viel Spaß damit, Leute. Ich habe gerade wieder 7 Millionen rausgeholt. Ich habe jetzt, glaube ich, 25 Millionen auf dem Tower verteilt. Das ist wirklich, wirklich viel Geld. Ähm, ja. Ihr könnt jetzt die ganzen Sachen öffnen, boys. Sieht das cool aus, Freunde. Guckt mal. Wie cool sieht das bitte aus. Alter. Alter Schwede, sieht das cool aus. Bester Stream der Welt, schreibt schon einer. Krass. Wann machst du das immer? Also ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt, dass wir das öfter machen, drückt doch einen Daumen nach oben. Machen wir es so. Alle, die hier sind noch 4.000 Leute da, gebt einen Daumen nach oben, wenn ich mal öfter solche Streams machen soll, wo ich vielleicht einfach richtig viele Lucky Blöcke raushaue oder richtig viel so Gelddroppe und sowas. Ich habe es einfach nur als quasi Dropstream oder sowas. Ich habe es diesmal gemacht, weil es halt einfach mein Geburtstag und ich hatte einfach Bock mit euch richtig viel zu veranstalten und ja, ihr wart einfach krank da. Feiere ich richtig krass. Ähm, ja, mein Minecraft stößt, glaube ich, gerade ab, weil so viele Leute irgendwas hier machen. Also es hängt gerade einfach. Ja, gut. Okay, ich hoffe, ich mache den gut. Ich habe mein Spiel abgestützt, weil wir so viel Lucky Blöcke gesetzt haben. Okay, Leute. Die Lucky Blöcke sind auch da. Hashtag Abkommen, wie Raute-Unterstützer, wie Raute-Überweisungskosten und ab der Allesgute nochmal zu deinem 21-geburtstag kam. Wo fliege ich denn jetzt hin? Hilfe. NST, du mich kurz auf den Geweferschule, die kenne ich ja auch schon ein bisschen von anderen Streams und sowas. Vom Server. Richtig fett von dir. Ich danke dir. Danke dir, Mann. Leute, schreibt bitte noch rein. Hashtag Ehremann-Gweferschule. Und gebt den Daumen nach oben für das Video. Digga, das ist so... Guck dir das an, Zulie. Was passiert hier in diesem Stream? Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss nur langsam... Ich muss langsam wirklich hier abbrechen, weißt du, weil... Die Stimme ist komplett kaputt. Ja, ich glaube, ich kriege das, was du hast, weißt du? Boah. Leute, das war ein krasser Stream. Haut rein. Bis dann. Danke euch allen nochmal. Tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.